Herzlich willkommen! Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße Jonas. Und das sind unsere Themen. 1.21 Gigawatt. Hotel Bigfoot. Ja, Mahlzeit zusammen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Zwei. Diesmal ohne Nell. Wieso, weshalb, warum? Darüber spreche ich mal gleich. Ich bin trotzdem nicht alleine. Nur hat er leider keinen coolen Namen, mit dem man irgendwelche Lokführerwitze machen könnte. Hallo Jonas. Ich habe gerade auch tatsächlich so überlegt, okay, Lokführerwitze mit Jonas, gibt es da irgendwas? Nein. Würdest du Lukas heißen zum Beispiel? Ja, dann würde es passen. Oder Jim. Ja, oder Jim. Oder David Alaba. Nein. David Alaba sieht aus wie Jim Knopf. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da immer so die Verbindung dazu. Da habe ich jetzt noch nie so drauf geachtet. Ich habe da immer, weiß ich nicht, ich habe da immer die Gedanken dazu. Aber ich war auch nie so der Lukas und der Lokomotivführer und Jim Knopfführer. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Sind ich da die Zuhörer? Jetzt kann ich denken, Jonas hat einen Schlaganfall. Weißt du, wie der Zug hieß? Wie die Lok hieß? Ich kenne nur Thomas, die Lokomotive. Ja, ich bin vielleicht eine Lokomotive, aber schon noch oldschool. Ne, Emma hieß die Lok. Emma? Emma. Krass. Wie die Tochter von Jessica, die ja wahrscheinlich auch dieses Jahr nochmal zu Gast sein wird, vermutlich mal. Da hätten wir jetzt Tupel zu machen können. Die Tochter zu Gast oder die Jessica zu Gast? Ja. Beide. Hauptsache Emma kommt, das Rest ist mir egal. Ja, Ned ist heute wieder nicht dabei. Das heißt, wir haben uns ganz alles vorbereitet. Wir sitzen hier bei mir zu Hause im Wohnzimmer, haben uns gerade gestärkt mit Burgern. Geil. Ja, und können dann jetzt gleich hier aus dem Vorhinein schöpfen. Wie gesagt, Nell ist heute auf einer Abschiedsfeier, weil Freunde von ihr jetzt wieder für zwei Monate weg sind. Die waren jetzt über Karneval da gewesen. Wir nehmen jetzt den Februar auf. Was Nell nicht weiß, ist auch hier ihre Abschiedsfeier. Also Nell, du bist raus. Ich wollte es gerade sagen. Also, liebe Zuhörer, Nell ist quasi auf ihrer eigenen Abschiedsfeier. Oh, dass sie es weiß. Oh, dass sie es weiß. Schreibe ich hier gleich noch kurz. Viel Spaß auf deiner Abschiedsfeier. Dann denkst du ja auch, hä? Was will der von mir? Ja, Jonas, wir waren ja gestern, wir kommen mit einem anderen Thema, wir waren ja gestern noch auf einer Lesung gewesen. Graphic Novel Lesung von Christopher Tauber zu Vital Bigfoot. Und erst mal so, wie fandest du die Lesung an sich? Erst mal ganz grob. Ich muss ja sagen, ich bin ja nicht mit viel Erwartungen rangegangen. Das liegt einerseits daran, da ich generell noch auch nicht auf einer normalen Bücherlesung war, sage ich jetzt mal. Da hat man ja so Vorstellungen, oder man weiß, wie es da abläuft. Der Autor ist halt da, liest, was weiß ich, zwei, drei Kapitel aus seinem Buch, gibt es eine Fragerunde und dann kann man sich vielleicht noch ein Buch signieren lassen. Für mich war jetzt spannend, okay, wie macht er überhaupt eine Graphic Novel Lesung? Weil er kann ja nicht nur vorlesen, was in den Sprechblasen steht, weil das wird uns ja nichts bringen. Er muss ja auch die Bilder dazu parat haben und ich kann ja mal sagen, wie es war. Also er hatte quasi eine Leinwand und einen Beamer und hat es ja wie so eine, ich sag mal, wie so eine Diashow, die Seiten, also er hat die Hälfte des Buchs, glaube ich, gelesen, hat er gesagt und hat es wie so eine Diashow laufen lassen, aber auch so, dass die Sprechblasen nach und nach erst gefüllt worden sind. Und er hat alle gesprochen bzw. gelesen und es war richtig gut. Also überraschenderweise habe ich am Anfang, wie gesagt, keine Erwartungen und dann, wenn man so denkt, okay, er ist ein Zeichner, da weiß man halt nicht, okay, wie liest er es vor. So kriegt er das hin und er hat die Stimmen so geil gemacht. Also du hast wirklich, irgendwann hast du gedacht, da stehen mehrere Menschen auf der Bühne und jeder hat eine eigene Rolle, die da gelesen wird. Und ich werde die Rolle von dem, ich weiß jetzt nicht, wie der Charakter in dem Buch hieß, nie wieder als nicht-Ostdeutsch lesen, weil er einen sehr sächsisch gemacht hat. Ich werde ihn nie wieder normal lesen können. Also es war richtig gut. Ich war auch überrascht, muss ich sagen, weil es auch meine erste Lesung war, ich weiß mir auch, wie macht man eine Graphic Novel-Lesung? Weil du hast immer auch die Bilder dazu und dann auch die Sprechblase in den Einzelnen aufgeploppt sind, also nach und nach, immer wenn er die gerade gelesen hat, wurde die Sprechblase, da heißt, du konntest quasi nicht vorlesen, weil es war die Gefahr bei Comics. Ja, genau. Einer liest quasi vor und du liest ja schon quasi mit und liest schon vor. Du liest schon die nächste Sprechblase, heißt, du schaltest ja irgendwo ab und liest für dich sein eigenes Tempo. Aber so war es richtig geil gewesen. Dann noch Soundeffekte dabei, Musik dabei. Stimmt, hat er ja auch noch gehabt. Also von daher, ich war sehr positiv überrascht gewesen und hat mega Lone gemacht. Es war wirklich cool. Also es war, ja wie du schon sagtest, dass man dieses Vorlesen, ne, also dass man, weil ich hab das auch, wenn jetzt irgendjemand mir was zeigt oder so und zeigt mir Bilder von einem Comic oder so und sagt, boah, hier so das und das finde ich ganz spannend. Ich lese automatisch die Szene durch, die dir mehrjenige mir zeigen will und lese automatisch weiter. Genau. So, weil man ist in diesem Flow drin. Und das fand ich war dadurch, ja, durch dieses Aufploppen, dass die Sprechblasen nach und nach gefüllt worden sind mit Text, fand ich super, weil du dem ganzen Geschehen dann auch einfach vernünftig gefolgt bist. Also du hast nicht vorgelesen, ne, du sagst, okay, komm, mach schneller, ich hab die Seite schon durch, ne, sondern du bist halt das Tempo mitgegangen. Und du hast auch nicht eine Buchseite, also komplett nur die Buchseite gehabt, sondern die Bilder sind ja auch nach und nach gekommen. Das heißt, du konntest ja noch nichtmals, also nicht nur nicht vorlesen, sondern nicht auch schon die nächsten Szenen dir quasi angucken, ne, und sagen, okay, da war richtig gut. Also kann ich nur jedem empfehlen, wer da mal die Möglichkeit hat, bei dem eine Lesung zu machen oder generell eine Graphic-Novel-Lesung zu machen, ob es drei Fragezeichen sind oder was anderes, wenn es dann so gemacht ist. Also ich kann es jetzt... Was tut es über dich selber zu machen? Ja, meine ich ja. Zu besuchen? Ne, war super. Ja, vor allen Dingen, Christoph Tauber hat ja auch sein dadurch erstes Tempo bestimmt, ne, auch selber. Genau. Man war ein bisschen schneller, je nachdem wie die Szene war, ob spannend war und so weiter, ein bisschen hektischer war, war richtig gut. Und ja, auch hinterher haben wir uns noch mit ihm unterhalten, aber erstmal kurz sich ein paar Bücher signieren lassen. Ich habe meine mitgenommen, einen Großteil von meinen, wir haben auch zwei noch vor Ort geholt, zum Verlosen eines Tages, also signieren lassen, zum Verlosen und man konnte sich auch selber was reinzeichnen lassen. Ja, war auch gut. Also wirklich auf Wunsch konnte man sich was reinzeichnen lassen, was man möchte. War für mich natürlich interessant gewesen, der Goldene Salamander als Wrestling-Fan, er hat ja dann das Thema Wrestling gemacht, hab ich gefragt, wie kam es denn auf Wrestling? Und er hat früher selber dann bei Wrestling interessiert und dachte sich, irgendwie kann man halt hier mal ein bisschen mehr Action reinbringen und so weiter, fand ich total spannend. Und ja, auch sonst, also der ist ja wirklich, der ist wieder entspannt eigentlich gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall. War am Anfang nervös, hat man gemerkt, als wir ihn am Anfang kennengelernt haben, war ein bisschen nervös gewesen. Aber normal, wenn du so eine Lesung nervös bist. Also ich kann mich auch nicht nach vorne hinsetzen und sagen, wenn ihr jetzt für den Podcast und setzt sich da irgendwie vor Leuten hin und Quatsch da, wäre glaube ich auch anders. Ja, wäre auch. Wäre ich auch. Also ich glaube, dass Nervosität da ist, ist auch einfach gut. Also damit man weiß, okay, ich muss jetzt in einer gewissen Weise abliefern und nicht sagen, das ist eine Routine, ich setze mich jetzt da hin, lese jetzt mal eben kurz die Seiten runter, danach signiere ich ein paar Bücher und zeichne ein bisschen rein und dann fahre ich wieder. Sondern, also was ich ja auch, wo du gerade das signieren, was ich ja mega spannend war, wie du sagst, man konnte sich was wünschen und einfach, du hast mir eigentlich nur ein Stichwort gegeben und aus dem Kopf hat er dann da was gezeichnet, wo ich mir denke, ja, ich bin froh, wenn mir jemand sagt, mal mal einen Kreis, dass der Kreis auch einigermaßen rund ist. Also die Kreativität dahinter einfach. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es noch sagen willst oder dir vorwegnehme, dass du ja in deinen, der goldene Salamander, hast ja gesagt, er sollte ja Justus als Wrestler quasi mal zeichnen. Und dann hat er direkt eine Idee im Kopf gehabt und hat das dann so umgesetzt. Und das finde ich halt einfach so geil. Ja, ich glaube, die Zeichner generell, wir haben ja auch Hörer, die Zeichner Nell schaltet, die nicht dabei gewesen ist, die ist aber, ich kann nicht gleich noch sagen, es gibt noch mehr Events, aber wir nehmen mal den da mit. Die haben wir jetzt ein bisschen angefixt, weil ich glaube, wenn du selber Zeichenbegabt bist, ich glaube, das ist dann noch mal spannender. Ja, auf jeden Fall. Für uns Laien ist dann einfach so, boah, geil. Ja. Und die gucken wahrscheinlich, ob, weiß ich nicht, Linienführung, weiß ich nicht, weil es alles andere Varianten gibt. Und wahrscheinlich noch mal eine Ecke spannender. Irgendwann kann man auch wahrscheinlich noch anders darüber reden, als wir jetzt. Wir haben ja auch mit ihm noch eine ganze Zeit gequatscht. Er hat sich echt Zeit genommen für uns und hat auch so ein bisschen, ich kann mir keiner ein bisschen berichten, weil er so erzählt hat. Allein schon, ich habe einfach ein Mikrofon zu uns mitnehmen wollen, wenn wir ihn interviewen können. Vielleicht laden wir ihn vielleicht irgendwann mal ein. Wenn er Bock hat, können wir mal Interview mit ihm machen und Special machen. Ja, wieso nicht? Nee, weil, ich hoffe zumindest, es kommen noch mehr Graphic Nobles. Ich muss sagen, mit der Bigfoot, erstmal kommen wir jetzt mal darauf zu sprechen. Zu dem Fall selber. Am Anfang denkt man sich ja, ja, Bigfoot und irgendwie so Bergmonster-Vibes, sage ich mal, ne. Aber ich fand die, auf eine Art, den Humor sehr geil, der da aufgebaut worden ist. Dann hast du ja alte Charaktere. Ich möchte jetzt keinen, wo soll ich den nennen? Ja, da müssen die Leute sich schon selber kaufen. Ja, das ist ein alter Charakter, der wieder eine Rolle spielt und es hat echt Spaß gemacht. Auch wie er die Leute vertont hat, hast du sofort so Charakterzüge von ihm gehabt. Nicht nur durch die Zeichnung, sondern auch durch die Stimme von ihm und das macht natürlich noch mehr Spaß. Dann würde ich sagen, wir haben eben gequatscht gehabt und allein schon, was ich richtig krass fand, der Aufwand dahinter. Da hat er jetzt für den Bigfoot neun Monate gebraucht, davon sechs Monate zeichnen, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass sowas so die Zeitschule in Anspruch nimmt. Ja, ich auch nicht. Und dafür bin ich auch zu Laie, muss ich sagen. Ja, das kommt noch dazu. Ich glaube, dass wir das als Laien tatsächlich doch sehr unterschätzen, wie viel Aufwand das Ganze ist. Und dann war ja noch der, ich weiß nicht, ob das ein Bekannter von ihm war, der da jetzt auch noch bei war oder den er wohl auch schon länger kannte. Der hat ihn ja gefragt, wie das denn mit dem Kolorieren aussieht. Und wo er sagt, das ist was, was nochmal noch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und ich kann mich noch daran erinnern, früher Mickey Mouse Hefte gelesen oder dann gab's ja die Star Wars, die gibt's ja heute auch noch, aber die alten und damals von, glaube ich, Dino Verlag oder so hieß der noch. Und da kam ja nur einmal im Monat immer eins raus. Und da hat man so als kleiner Junge, hab ich mir gedacht, ja, mein Gott, einmal im Monat, der Mickey Mouse schafft's auch einmal so in der Woche. Aber jetzt weiß man einfach, ja, natürlich kommt's einmal, du musst erst mal die Story dahinter haben und du musst es auch erst mal zeichnen. Ja. Und es ist nicht einfach nur Strichmännchen und, was weiß ich, so eine Pistole, die wie so ein L aussieht, was man in der Hand nimmt, wie so eine Banane, sondern da ist auch schon die Details in dem Graphic Novel, die da ja drin sind. Das ist faszinierend. Ja, ich hab auch sehr viel unterschätzt, muss ich sagen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Was ja auch interessant war, er hat ja erzählt, wie er an den Job gekommen ist, es gab natürlich ein extra Casting, hat er erzählt, und du musst eine Szene aus dem Geschwinderschluss zeichnen, und zwar die, wo Peter halt von dem Gemälde mit dem echten Auge angesehen wird. Und da hat er ja auch gesagt, was er ja schwer fand, ist einfach Szenen zu zeichnen aus den Hörspielen, weil jeder hat seine Szenen im Kopf. Ja. Ist ja wirklich so, wir haben halt Szenen im Kopf unterhalten, allein schon, dass unsere Charaktere ja anders aussehen. Und er würde jetzt sagen, ihr seid nicht Kanon, weil mein Bob halt nicht blond ist, sondern braunhaarig. So sieht's aus. Und er hat auch, kann ich schon mal sagen, zu den Charakteren selber Vorgaben von Kostos bekommen, wie sie auszusehen haben, auch aufgrund der Buchvorlagen und so weiter. Aber ich muss natürlich sagen, gerade wenn du so Gespensterschloss hast, jeder hat's gehört, ich glaube, jeder liebt diese Folge, und jeder hat das Schloss vor Augen, wie es aussieht, wie die Halle aussieht, die Echo-Halle aussieht. Und von daher finde ich das, glaube ich, auch mega schwierig, da irgendwie allem irgendwie gerecht zu werden. Ja. Das ist, aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Idee dahinter vielleicht auch ist, wenn du nimmst eine Szene, die jeder kennt, und du guckst dann, ich weiß nicht, ob dieser Casting-Verlauf so war, aber dass man dann gucken kann, okay, wer interpretiert sie jetzt am besten? Also wer interpretiert sie jetzt so, dass man sagt, das ist so, dass das ist, womit die Masse, sage ich mal, leben kann. Weil er hat ja auch noch gesagt, sagte, ja, es gibt die Vorlagen von Kosmos, aber er muss sich ja nicht eins zu eins dran halten. Die haben gesagt, wir wollen natürlich die und die Punkte wollen wir drin haben, aber er hat ja auch noch gewisse Freiheiten, wie er gewisse Charakterzüge zeichnet und so. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, also dass man weiß, es gibt die Vorlage, aber trotzdem ist er noch in gewisser Weise frei. Ja. Also dass er noch, dass es jetzt nicht so ist nach dem Motto, so, du kriegst jetzt hier die Story, wirst eingesperrt, zeichne mal strikt, sondern dass man sagt, grobes Grundgerüst ist das und du hast jetzt A und nimm noch, keine Ahnung, oder beziehungsweise C soll am Ende rauskommen, um jetzt mal hier Satz des Patuagoras, ne? C-Quadrat soll rauskommen, guck, ob du mit A-Quadrat und B-Quadrat machst oder vielleicht schaffst du das ja auch ganz anders zu lösen. Hauptsache, da kommt C raus, ne? Und das finde ich halt, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den er, so wie ich es jetzt vielleicht verstanden habe, auch ganz schön findet, dass er so ein bisschen Freiheit noch hat, ne? Er hat nur kreative Freiheit, kann er sich auch noch nehmen. Ja, vor allen Dingen, wenn er ja selber die Storys hat, die er macht, ist natürlich auch schön, dass du dich selber so ein bisschen gestalten kannst, weil ich glaube, es ist auch einfacher und auch angenehmer, wenn du nicht einfach eine fertige Geschichte nachzeichnen sollst, sondern viel mehr Freiraum hast. Und ich muss sagen, bei Hotel Bigfoot zum Beispiel hast du ja so, dass du hast ein bisschen, ich will gar nicht sagen Streit untereinander, sondern so ein bisschen sich hochnehmen, dieses Käppeln, dieses angenehme Miteinander, dieses kollegiale Streiten, sag ich mal, dieses gegenseitig Poppen. Ich merke das nicht, wenn das wirklich dann dauernd irgendwie, du bist doof, nein, du bist doof, wir streiten uns hier, wir streiten. Ist nicht, das ist halt, fand ich sehr schön, sehr schön gelöst. Ja, auf jeden Fall. Und dass man sich gegenseitig so ein bisschen hochnimmt und, also, fand ich richtig toll gemacht. Und ich muss ja gestehen, ich habe hier gehofft, normalerweise alle hier stehen, ich habe noch kein einziges gelesen. Und Nele auch nicht. Nele war ja auch da gewesen, der hat gestern schön mit Kirschkuchen versorgt. Ja, der war sehr lecker. Ja. Vegan sogar. Vegan sogar. Mit Milch. Mit Milch und nicht nach dem Originalrezept mit zweimal Mehl. Ja, vom Kosmos, genau. Einmal ist es halt abgelogen, zweimal Mehl. Von daher, war ein rundum gelungener Abend. Nicht zu vergessen, ganz wichtig natürlich, die, das ist ein Lieblingsfragezeichen, weißt du das noch, was er gesagt hat? Peter. Ja, leider Peter. Also eine Lieblingsfolge, unter anderem Poltergeist und die beste Folge der Zeit, die vor allem noch kommen werden, nach den Angst. Ja, das fand ich auch sehr, fand ich auch sehr gut, als er das gesagt hat. Ansonsten hätte ich mir kein Buch gekauft. Nein, nein. Nein, also, daran sieht man einfach, der Mann hat guten Geschmack. Ja, er war auch mega sympathisch gewesen. Und wenn ihr jetzt mal Lust habt, liebe Hörer, zur Lesung zu gehen, Christopher Tauber, bei Nacht der Museen, in Düsseldorf ist er unter anderem dabei, am 27. 4., wir gucken, ob wir auch irgendwie da hinkommen, da hingehen werden. Ich muss auch noch Termine nicht irgendwie abstimmen, ob wir das hinkriegen. Da liest er halt aus drei seiner Grafik-Nobels vor. Und am 5. Mai in Dortmund ist er auch nochmal. Ansonsten einfach auf die Homepage gehen, mal gucken, wo er noch auftritt. Also von daher, einfach mal auf die Homepage nachgucken. Und wir können es echt nur empfehlen. Wir waren mega positiv überrascht gewesen. Es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und wir hatten ja auch lustigerweise, war ja noch jemand da gewesen, der durch Zufall da reingeraten ist. Er wollte eigentlich nur davor auf was essen, ist dann reingeraten in diese Lesung und war auch voll begeistert gewesen von dieser Lesung. Sie, ja. Das war ja, das war ganz witzig. Man kann bei manchen Events auch, wo war das nochmal, Altenberg? Naja, nicht Altenberg. Wie heißt das denn nochmal, wo wir waren? Druckluft. Druckluft. Danke. Die haben auch, wenn da drei Fragezeichen Quiz oder so manche Quiz haben, dann kann machen die halt Pizza. Ja, geile vegane Pizza machen. Geile vegane Pizza. Muss man wirklich sagen, die ist richtig gut. Und die hatte wohl irgendwie durch Zufall gelesen, dass man da irgendwie essen kann, vegan essen kann und ist dann da hin. Und ja, war dann halt, natürlich ist auch noch irgendwie gleich eine Vorlesung irgendwo hier. Ja. Und dann haben wir erstmal gemerkt, sie wollte eigentlich nur zum Essen dahin. Und ist am Ende aber auch zu ihm hingegangen und hat gesagt, dass sie total begeistert davon war, dass es Zufall war, dass sie total begeistert davon war. Und ja, das fand ich halt, ich sag mal, auch so spannend, also dass jemand, der eigentlich gar nicht plant, da hinzugehen, dann in sowas durch Zufall reingeredet und vielleicht noch nicht mal unbedingt drei Fragezeichen Hörer, Hörerin, Fan, Fanin ist und dann aber trotzdem einfach sagt, ey, das war super. Ja, das zeige ich aber einfach auch, wie viel Spaß das gemacht hat und vor allem wie viel Spaß er auch gehabt hat. Da hat man ja auch gemerkt, dass einfach, je länger die Geschichte ging, desto mehr ist wachsen, sag ich mal, eine ganze Nummer. Und hat dann eben den Spaß, den er hatte, auch in die Lesung projiziert und dementsprechend ist der Spaß auch übergesprungen auf die ganzen Zuhörer, wo Zuschauer auch. Von daher. Also es war, es war gut. Es war richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Und wie Thomas schon sagte, nach der Museen in Düsseldorf oder dann im Mai am 5. Mai in Dortmund, ich kann es nur auch jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, lasst euch darauf ein, weil es macht einfach Spaß. Ja, vor allem, es gibt ja gar nicht die Leute, die sagen, boah, dann sind die gezeichnet, so sind man, das weiß ich nicht aus. Einfach mal abschalten, hingucken, mitmachen, erleben, gut ist. Und nicht immer, hier, mein muss, mein Bob muss unbedingt braunhaarig sein. Ja, meiner ist braunhaarig. Meiner auch. Das war für mich dann auch in den Comics hinterher das Problem. Mein Peter war immer Bob und Bob war immer Peter. Einfach wegen den Haarfarben. Ja, aber er brauchte eine Brille aufgehakt. Ja, das war mir egal. Achso, dann ist es egal, aber die Haarfarbe ist wichtig. Die Haarfarbe ist wichtig. Bob hat halt Kontaktlinsen getragen und Peter hat die Brille einfach nur aus dem Coolness-Faktor getragen. Nur mit Gläsern. Nein, nein. Aber es hat Spaß gemacht, also, ja. Ja, ich würde sagen, springen wir in unsere heutige Folge. Und zwar kommen wir zu... Ihr hört... Thomas! Total tolle Tatsachen. Ja, bevor ich jetzt hier loslege, wir reden ja heute über Zug um Zug, eigentlich die Drei-Folge. Es ist die vierte Folge von Die Drei, stand aus der Feder von Tim Wenderoth und erschienen im Jahr 2006. Im selben Jahr, wo die WM war. Warst du eigentlich bei der WM gewesen? 2006? Ich war zum Zeitpunkt der WM in Italien. Achso, WM in Deutschland, du bist in Italien. Ja, wir waren mit so einer Jugendfreizeit über den Landessportbund sind wir, damals waren wir in Italien gewesen. Okay. Und wir hatten, lustigerweise, wir hatten da so ein Lokal entdeckt, da gab es Pizza und Erdinger. Und da haben wir dann immer, da sind wir dann immer hingegangen und haben uns die Deutschlandspiele angeguckt. Da haben wir unter anderem dann auch Deutschland gegen Argentinien gesehen. Und die haben uns extra so einen langen Tisch schon gemacht, weil die genau wussten, wir kommen halt alle, wir haben es schon vorher gesagt, wir kommen mit ganz vielen. Und es war halt mega witzig. Ich glaube, keiner hatte mehr Stimme von uns irgendwie am nächsten Tag. Und ja, am Tag der Niederlage gegen Italien waren wir in einer italienischen Disco gewesen. Da durften wir uns das Spiel vorher angucken, alle von der Jugendfreizeit. Und danach sind dann die ganzen anderen Gäste noch reingelassen worden. Und natürlich waren da Holländer gewesen und mit den Italienern. Und die kamen dann immer nur so, Schöne, Deutschland, alle sind vorbei. Haben dann, und es war, man hat sich natürlich jetzt davon nichts angenommen, aber du hast halt gemerkt, die haben sich halt mega gefreut, dass Deutschland dann rausgeflogen ist. Ja gut, alles, wobei ging mir, ich glaube, zwei Jahre später war ich da bei der EM gewesen, weiß ich gar nicht mehr, da war ich dann mit, nee, muss mal später gewesen sein, mit meiner Jugendfußermannschaft, die ich trainiert habe, in Holland gewesen, sind die Holländer rausgeflogen. Da haben wir dann auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich meine, das ist halt, ist halt Fußball. Das ist halt Fußball, das gehört halt auch so dazu. Und ich denke mir, das darf aber assi sein. Ja, weil ich, in dem Moment war das halt auch wirklich so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich hätte es umgekehrt, würden wir es genauso machen. Wir würden dann feiern, sagen Italien raus, oder Holland raus, das hätten wir genauso gemacht. Ja, das ist aber auch normal bei Fußballfans, also da muss man sich nicht auf die Fresse hauen, das ist einfach ein bisschen Hebel gehört dazu. Genau. Im Klubfußball genauso. Nell ist nicht da, wir können über Fußball reden, das ist auch schön. Stark, ey. Wir sollten ja Sportfreund, wenn Nell nicht dabei ist, weißt du das? Ja. Das muss man mal vorbereiten. Ich war übrigens 2006 beim Spiel Brasilien gegen Ghana im Westfalenstadion. Beste Stadion der Welt. Nee, das fand ich nicht so toll. Was? Doch, ich war da damals, 2007, Dortmund gegen MSV Duisburg, Endstand war 1 zu 3 für Duisburg. Das kann durchaus sein, ja. Und die Südkurve war so ruhig. Es war wirklich, es war totenstille auf der Südkurve und bei uns war einfach richtig laut. Wir sind aufgestiegen. Erster Spieltag war er noch gewesen, weiß ich noch. Krass. Ich habe auch gesagt, boah, scheiße, wir hätten ein Tor mehr schießen müssen, wenn wir Spitzenreiter gewesen. Aber nein. Aber das erinnert mich auch, ich weiß noch, wenn wir gerade beim Fußball sind, an ein Spiel, Dortmund gegen Duisburg, in der MSV-Arena, war das noch, wo Diego Klimowitz damals in der 92. Minute den Ausgleich geschossen hat. Ich mich mega gefreut und du kamst total wutentbrannt zum Auto gestapft. Du warst in den Dingens, dein Vater war mit mir in der Gästekurve gewesen. Echt? Und du kamst so völlig Wutentbrannt zum Auto. Kann man dich nur freuen, gegen die Tabellenletzchen und entschieden zu spielen. Und ich habe mir gedacht, ist doch scheißegal, das war der Ausgleichs in der letzten Minute. Jetzt hör ich auch noch. Wunderbar. Das ist live. Die Nachbarn, die beschweren sich. Dritte Etage wohl, das ist schön. Die Skorografie, die Italiener waren, das war mein Pizza-Overhead, damit ich jetzt auch beim Grill schön Pizza machen kann. Gutes Luft holen. Also nächste Aufnahme, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist auch wieder beim Thomas und wir essen erstmal keine Burger vorher, sondern wir essen Pizza. Ja, würde ich sagen, machen wir weiter. So, wir müssen Luft holen. So, ich überbrücke jetzt mal mit ein paar Anekdoten aus Thomas' Jugend, aus seiner Fußballzeit, während er Luft holt. Da gibt es gar nicht viel, doch. Ich weiß, du hast ja von deiner Schwester, die Konfirmation, Kommunion, Konfirmation, äh, Kommunion. Kommunion, ja, weiß, nicht gecrashed haben, aber nach dem Mittagessen ins Stadion gefahren zum Spiel MSV gegen Oberhausen und hat sich gelohnt. Stimmt. Zwei rote Karten, MSV hat gewonnen, tolles Spiel. Ich erinnere mich auch noch daran, wo wir gerade beim Fußball sind. Ich weiß nicht, war es im DFB-Pokalfinale war MSV 98, ne? Gegen Bayern München, wo wir beschissen worden sind. Es war aber, glaube ich, irgendwann vorher, da haben wir bei meinen Eltern war irgendwie was gewesen und die waren im Keller, haben irgendwie eine Party im Keller gehabt. Ja, und zwar Auswärtsspiel in Köln, der Spielpokal. Und wir haben oben Fußball geguckt und mein, der Markus, also der Bruder vom Thomas und ich, wir fanden es ganz witzig, wir haben die, ich weiß nicht, wer es kennt, diese Kettenschlösser, die du so zuziehen kannst, das fanden wir total witzig, weil wir dann gedacht haben, ah, wenn die Erwachsenen kommen, wollen die die Tür aufmachen und kommen nicht rein. Ja, wir hatten nur nicht gedacht, dass Duisburg einen grandiosen Sieg einfährt, um es mit Thomas vor uns zu sagen, Thomas aufspringt, zur Tür rennt, die Tür aufreißt, die Kette ist nötig, nicht abreißt, um nach unten zu rennen, um allen zu sagen, dass Duisburg gewonnen hat. Die Tür haben rausgerissen. Und zwar, ich habe gerade mal geguckt, das war Pokal 92, 93. 92? Ich meine ja. 92, 93 kann ich, da war ich vier. Hast du recht, da kann ich sein. Oder drei. Drei oder vier. Das war auf jeden Fall in Köln und der MSV hat, ich meine, nach Ruhig, ich meine, war das nicht Pokal, das war das Bundesligaspiel. Der MSV war 3-0 zurück und gewinnt noch 4-3 in Köln. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass Du die Tür, zumindest das Schloss abgerissen hast. Bei 4-3, die Eltern haben im Keller gefeiert, habe ich dann schnell runter, reiß die Tür auf und habe die ganze, ja, die ganze, die ganze Moppet da aus der Tür angegerissen. Von daher, ja, da kann man sich mal freuen. Ich meine, wir haben es ja schon des Öfteren erwähnt, ich habe mich ein paar Jahre später gerecht und habe halt einfach von meiner Mutter die Maske abgeschossen. So, aber genug Fußball, glaube ich, für heute. ich glaube auch. Gehen wir zurück zur Folge. Ich habe gerade gesagt, die Folge stammt von Tim Wenderoth und neben Zug um Zug hat er noch andere, die drei Folgen geschrieben, unter anderem der Kopflose Reiter und er hat auch geschrieben von der Fragezeichen den Fall, dem Bob-Fall im Dreitag und in jeder seiner Folgen hat Wenderoth einen Gastauftritt. Jetzt in Zug um Zug ist der als Doc Brown zu hören. Und man sagt, wenn ich Doc Brown gehört habe, dachte ich immer an Zug in Zukunft. Ja, ich muss jetzt aber auch gerade, also ich verbinde es auch damit einfach, weil der Name Doc Brown ist damit einfach behaftet. Das ist so. Da denke ich nicht an Zug um Zug. Nee. Sie bauen eine Zeitmaschine in einem DeLorean. Die hätte man jetzt auch gebraucht, eine Zeitmaschine mit dem DeLorean. Da hätte man auch zurückreisen können zu der Fragezeichen noch vor dem Rechtsstreit. Ja. Dann wären die drei gar nicht passiert. Man muss ja sagen, das ist unsere drittletzte die drei Folgen im Endeffekt. Da haben wir die Reihe durch. Da haben wir jetzt noch Außertausend Rätsel, wo ja Nele zu Gast sein wird. Und wir haben noch Folge 1, das Sehungeheuer, was ja angedacht ist, mit der Zentrale zu besprechen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und dann sind wir durch mit die drei. Krass, ne? Ja. Wenn du überlegst, wir haben jetzt Folge 63 mittlerweile. Ach so krass, ey. Heftig. Ja, dann würde ich sagen, erst mal die Frage an dich, Jonas. Wie findest du denn die Folge Zug um Zug? Ich finde die, eigentlich finde ich die ganz ganz nice. Ne, ganz gut. Also ich finde auch diesen, diesen, ja, diesen romantischen Faktor, der da am Ende so, so rauskommt, so, dass er das Geld genommen hat, um seiner Frau damit noch ein paar schöne Jahre zu, zu schenken, dass er, glaube ich, die Operation hat er ja damit bezahlt. da finde ich eigentlich, ich finde die ist irgendwie sehr harmonisch auch, die Folge. Ja, ich muss sagen, für mich kippt die Folge. Ja gut, okay, ja. In einem bestimmten Zeitpunkt kommen wir gleich noch zu sprechen, deswegen finde ich die nicht ganz so gut. Ist okay, aber es gibt diesen Punkt, wo die Sache für mich kippt. Guck mal, den habe ich jetzt zum Beispiel, hättest du nicht erwähnt, hätte ich den schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Den Punkt. Ja, den Punkt. Ja, nein, was muss ich sagen, dann hauen wir raus, den Klappentext hier. Ganz oldschool auf Blatt Papier, die hat uns ja alles ausgedruckt diesmal. Ein alter Zeitungsartikel weckt die Neugier des ersten Detektivs. Wo sind die 500.000 Dollar aus dem Überfall auf dem Postzug geblieben? Was geschah wirklich vor zwölf Jahren am alten Bahnhof von Rocky Beach? Was wusste die verstorbene Alice Sparrow wirklich und inwieweit war die ehemalige Postangestellte in den Raubüberfall verwickelt? Ein leeres Blatt Papier und eine wirre Buchstabenkombination sind nur zwei der zahlreichen kleinen Puzzleteile, die zusammengefügt werden müssen. Als sich auch noch andere Gestalten für das verschollene Geld zu interessieren scheinen, wird es erst recht Zeit für die drei sich mit dem Fall zu beschäftigen. Zug um Zug suchen sie nach den Antworten auf die vielen Fragen, die sich ihnen stellen. Ja, und dann haben wir natürlich das Cover, Zeichen alten Bahnhof mit den eingeschlagenen Scheiben, alte Briefe, dann ist auch auf der Postkarte die 124 versteckt. Ja, die habe ich jetzt sogar auch mal gesehen. Ja, nachdem wir dich so oft noch hingewiesen haben, dass die fortführenden Folgennummern bei ewig fortführenden Kabaren... Thomas Freitag hat es, glaube ich, gesagt, dass die versteckt sind. Ich habe ihm damals die Forte gelassen bei Panic Pocky unter anderem. Wenn Thomas und ich aufeinandertreffen, alle haben von den Namen her schon, das ist einfach geballte Kompetenz. Ah, das... Jetzt wird man wieder sagen, oh, der Thomas Freitag wieder erwähnt. Ja gut, ich habe damit ja angefangen. Ja, richtig. Ich muss diesmal ja sagen, wir haben ja uns öfters mal über die drei Cover ausgelassen. Ja. Es ist auch wieder ein Cover, was ich mir denke, es ist sehr kindlich gezeichnet, das hatten wir immer so, aber trotzdem hat es einen gewissen Charme. Du hast die Spinnenweben vorne im Vordergrund, du hast diese, dieses zerbrochene Glas, diese alten Briefe. Es kommt ein gewisser Charme, kommt irgendwie über dieses Cover rüber, also wie man sich so einen alten, verlassenen Bahnhof auch vorstellt. Es ist vielleicht sogar, wenn ich jetzt mal so alle Revue passieren lasse, mit eins der Besten von die drei. Ja, es hat sowas Lost Place-artiges. Du guckst halt durch dieses verschlossene, durch dieses kaputte Fenster. Und es hat so ein bisschen Gruselfaktor, sag ich mal, ein bisschen Unheimliches, durch diese Verlassenheit und dieses Heruntergekommen. Ja, und gerade, dass du so durch dieses Fenster guckst, dieses Verstecken, du bist so ein bisschen versteckt, obwohl der Hintergrund ja eigentlich relativ freundlich ist. Also wir haben ja blauen Himmel, das ist das, ich weiß nicht, was das für ein Gebäude ist, das alte Bahnhofsgebäude, glaube ich, der Wartebereich, auf den die gucken. Ja, genau. Der ist ja hell, also hat ja gelbe Latten, gelbe Holzvertefelung. Aber trotz alledem hat es so einen gewissen Unheimlichkeitsfaktor. Ja, weil du durch diesen dunklen Raum guckst, der im Vordergrund ist und der hat dieses Unheimliche aus. So, der Klappentext selber, muss ich echt sagen, der verrät ja eigentlich schon wieder alles. Oh ja, also ich muss ja sagen, ich habe den Klappentext gelesen im Skript und habe mir gedacht, A, mach ihn bitte noch länger und schreib die ganze Geschichte auf und B, ja, genau, wie du schon sagst, er favorit eigentlich alles. Also es wird alles erwähnt, was irgendwie drin vorkommt. Das Rätsel oder die Puzzleteile, ich meine, das Wortspiel Zug um Zug. Ist geil. Das ist gut, das ist richtig gut. Da ist ja auch die Frage, meinst du, die Folge heißt deshalb auch Zug um Zug? Nein, die heißt natürlich Zug um Zug wegen dem Bahnhof. Wäre aber cool, wenn du das wegen diesem Wortspiel machen würdest. Vielleicht beides. Vielleicht so eine Mischung daraus. Also das Wortspiel, das finde ich, das ist noch das Beste vom Klappentext. Ansonsten ist es halt sehr lang. Selbst dieses leere Papier, was sie da finden, hier schon spoilern, was ja gar nicht hätte sein müssen in dem Endeffekt. Finde ich schade, weil du hättest einfach hier weniger ist mehr. Das ist wirklich so, du kannst, pass mal auf, die ersten zwei Sätze, aber hier so Klamotten, was muss ich verstorben, Alice Burrow wirklich, weiß ich nicht, der ehemalige Postangestellte, Raubüberfall. Den händchen fände ich auch noch so, weil damit würde ich, so damit fütterst du so ein bisschen an, ne? Also ist sie da verwickelt, ist sie da nicht verwickelt, aber alles danach. Und das ist ja mit verschollenes Geld und so, du weißt ja dann, dass das Geld verschollen ist, das musst du ja nicht unbedingt erwähnen, weil das sollte als... Ja, ich hätte, allein, die Klappentext an sich, hätte ich auch noch einen alten Erzeichnisartikel weg, die Neugier des ersten Elektivs. Wo sind die 500.000 Dollar aus dem Überfall auf dem, oh mein Gott, auf dem Postdruck geblieben, so rum. Was geschah wirklich vor zwölf Jahren, am alten Bahnhof von Rocky Beach. Als sich auch noch zahlreich, als sich auch noch andere gestalten, für das verschollene Geld zu interessieren scheinen, wird es als Recht Zeit für die 30 mit dem Fall zu beschäftigen. Zug um Zug und fertig. Ja. Feierabend. Auf jeden Fall. Das Zwischenstück mit dem verschauenden Alice Barrow brauchst du nicht, du brauchst den Raubbefall nicht nochmal überwähnen, das Leere bei Pw brauchst du nicht überwähnen, den Puzzleteil, ist doch egal, kannst du doch dann erfahren. Zu viel. Jetzt habe ich dir ein bisschen rumgeholfen, weil ich ja ein bisschen kürzen musste, auch spontan, aber ich hoffe, es war trotzdem verständlich gewesen. Kommen wir zum Beginn der Folge. Und zwar teilt die Folge ja irgendwo ein bisschen klassisch, sag ich mal. Aber du hast eins vergessen. Achso, deine Erwartungen nach Klappentext und Körper, meinst du? Weil im Grunde sind... Da bin ich zu übersprungen, weil da ist ja alles drin. Das ist jetzt, was ich sagen würde, was das, ist jetzt das, was ich dazu sagen würde. Trifft es den Folgeninhalt? Ja. Ja, komplett. Wie du gesagt hast, ist es komplett drin. Und die Erwartungen waren eigentlich für mich jetzt nach Cover und Klappentext, also ich sag mal, Cover ist super, aber nach Klappentext vor allem, okay, wer sind denn jetzt die Bösewichte? Genau. Weil mehr muss ich schon gar nicht mehr wissen. Du weißt, es geht um Geld, alter Robzug, nur wer war es? Genau, und das ist dann halt das, was noch die Erwartungshaltung nach dem Klappentext. Da ist ja gar nichts mehr, im Endeffekt, weil die ganze Geschichte schon gespoiert worden ist. Der Beginn der Folge, wie gesagt, ganz klassisch, Orgontidus und Jupiter befinden sich auf dem Rückweg von einer Haushaltsauflösung und fahren dabei einen Mann um, dem aber nichts passiert. Und es ist so, dass Jupiter halt bei der Haushaltsauflösung auf einen alten Zeitungsartikel über einen Raub gestoßen ist, den er zwischen den alten Klappungsstücken gefunden hatte und der wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig dort gelandet ist. Finde ich einen schönen Anfang. Der Mann, der fast überfahren worden ist. Für mich sofort, klar, verdächtig, weil... Ja, auf jeden Fall. Auch für dich sogar, diesmal? Ja, weil es eigentlich immer so ist, wenn Jupiter oder Justus quasi mit Onkel Titus irgendwo ist und irgendein altes Hauslehrräum, das waren wir bei Zauberspiegel, war es ja glaube ich auch schon so, dass da den Einbrecher noch, die die da hatten, gab es, ich glaube, es gab doch noch irgendeine Folge, wo sie irgendwie mal fast jemanden überfahren haben. Aber wahrscheinlich genug Folgen. Ja, aber dann weißt du, du weißt in so einem Fall schon, also, ja, der ist natürlich zufällig überfahren worden, fast. Genau, weil wenn dir zufällig überfahren worden wäre, du würdest so ein Zwischenspiel machen, ich glaube schon, dann würden die Autoren auch ein Gespräch machen, wie der vielleicht irgendwie wegkommt, haben sie keine Augen im Kopf, können sie sich aufpassen und Titus würde sich dann in seiner Art dann irgendwie, in seiner Art, der hat das ja schon mal, dass er sich über sowas aufregt in manchen Folgen, ein, zwei Folgen, das hätten sie dann einfach gemacht. Und dann, verdächtig sein, aber du würdest ja nicht sofort verdächtigen, weil es könnte ja einfach nur so ein Geplänkel sein, um die Szene ein bisschen aufzulockern. Oh, du hast so, bumm, bumm, und du sagst so, schon wieder ein, überfahren. Oh, Onkel Titus, ich glaube, du bist gerade über was drüber gefahren. Meinst du, warte, ich setze nochmal zurück. Du hast dich jetzt erwartet, nach diesem Anfang. Ich habe schon erwartet, dass der Zeitungsartikel noch eine größere Rolle spielen wird und die sich damit genauer beschäftigen werden. Also, ich glaube, klappt das sowieso dann, also von daher, Fall gewesen. Dann würde ich sagen, springen wir schon zu meiner Lieblingsszene. Relativ früh diesmal. Ja, ist diesmal nicht der Anfang? Ich habe ja letztes Mal den Anfang, ich weiß gar nicht mehr, wir haben jetzt ein bisschen umgeschmissen, wir haben jetzt Folge 63, wir haben 64 aufgenommen, ich glaube 65 glaube ich auch schon, weiß ich gar nicht. Ja, ich weiß halt auch nicht, deswegen äußere ich mich schon gar nicht mehr zu anderen Aufnahmen. Und diesmal habe ich den Anfang genommen, nicht den Anfang, sondern sehr relativ früh genommen, und zwar die Szene in der Zentrale, die er dann folgt, die haben wir ja eingeweiht, um was es überhaupt geht. Und ich finde die Szene halt ganz gut, weil hier Jupiter und Bob einfach mal Peters Entgeisterungsversuche, sag ich mal, ignorieren. Denn Peter ist ja so, ach, du willst mal wieder ein Geheimnis, wo überhaupt keins ist, ne, und er ist trotzdem ein bisschen, zeig ich mal her, trotzdem ein bisschen neugierig. Und Bob ist auch total motiviert, ne, als Peter meinte, der Fall ist längst aufgeklärt, widerspricht er ihm, nein, ist er eben nicht, ne, aber Bob ist sofort, ne, er ist auch Feuer und Flamme, finde ich schön in der Szene, dass Jupiter, Jupiter und Bob wirklich dann interessiert, in diesem Fall dann anzugehen. Bob hat ja schon recherchiert gehabt, nachdem Jupiter ihn angerufen hat. Er ist dann in die Reaktion gefahren, hat dann sofort recherchiert und hat dann auch einen Artikel gefunden, von wegen spektakulärer Posttrop in Rocky Beach. Gestern am späten Nachmittag erbeuteten vier maskierte Täter rund 500.000 Dollar. Nach ersten Ermittlungen der Polizei von Rocky Beach versteckten sie sich in den Gewölben unter dem Bahnhof. Nach Ankunft des Postzuges aus Pasadena überfehlen sie, aus Pasadena übrigens, da war wahrscheinlich Sheldon Cooper dabei, vermute ich mal. Das kann sein. Die kommen aus Pasadena und Züge sind ja auch so sein, gibt ja eine Folge, wo er abhaut, Bezug. Vielleicht ist es die und er ist mal mit im Zug gewesen. Vielleicht. Oder ist es heute noch im Zug. Ist es heute noch im Zug. Wurde natürlich behauptet in der Klamotten, kennen wir ja aus der Folge. Mein Gott. Ich habe die Folge nicht gesehen. Also ist schade. Big Bang Theory nicht so krass verfolgt. Zwischendurch mal immer wieder ein paar Folgen gesehen. Ist traurig. Nicht so gut wie Scrubs, aber trotzdem richtig gut. Ich hatte keine Big Bang Theory mit Witz zu machen. Toll. Wo war ich denn gewesen? Da vorne. Nach Ankunft des Postzuges aus Pasadena überfehlen sie die Bankangestellte, äh, die Bahnangestellte, die Bank. Die Bankangestellte. Zug ist eine fahrende Bank. Boah, wir haben einen neuen Plot gefunden. Hm. Die fahrende Bank. Ich finde generell so Zugplots ziemlich geil. Der unsichtbare Passagier finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, stimmt. Aber dann ist es auch, ein Zugplot ist dann geil, wenn es auch so ein... Wenn ein Zug drin vorkommt. Wenn es ein Zug ist, weißt du, der nicht so... Ich glaube, das Problem ist, dass wenn ich an Züge in erster Linie denke, denke ich immer so an ICE, Deutsche Bahn. Du sitzt einfach und du hast diese... Der kommt halt nicht. Wir fahren jetzt zwei Minuten zu Ende. Ja, wir müssen mit dem ICE... Waren wir heute aus. Okay, wir gehen wieder nach Hause. Jetzt sind gerade. Schön, Feierabend. Aber so schöne alte Dampfloks oder so, weißt du, wo die dann so die Fenster runter machen und dann so da... Der Geisterzug haben wir ja gehabt. Stimmt, haben wir auch gehabt. Zum Beispiel. Ja, sowas. Das ist zum Beispiel ein Zug... Er hat auch sowas typisches Mortimer-Express-mäßiges, sag ich mal. Hat immer sowas nostalgisches. Irgendwie hat es so... Ja, zumal ich glaube, wenn die drei Fragezeichen in Zugfällen ermitteln, dass es auch immer solche Züge sind. Also es sind immer so alte Züge, so geschichtsträchtige Züge oder so, die dann irgendwie fahren. Ja, allein schon dieses Hupen, dieses Dampfhupen, weiß ich nicht. Total geil. Also du bist sofort irgendwie wieder Kind und hat einfach sowas nostalgisches. So, kommen wir zurück zu den Bankangestellten in der Bahn. Sie überfielen also die Bahnangestellten und überwältigten die Wachleute. Die Geldsäcke luden sie in ein bereitstehendes Fahrzeug an der Ladehalle und an Aussage des Polizeichefs von Rocky Beach, Kommissar Samuel Reynolds und dann haben wir kurz unterbrechen, Kommissar Reynolds, den müssen wir vielleicht mal anrufen. Und Bobs Recherchergebnis ist dieses, dass eben halt das Ganze liegt nur zwölf Jahre zurück. Nach dem Überfall suchte die Polizei monatelang nach den Verdächtigen. Sie durchsuchten zahlreiche Wohnungen, verfolgten unzählige Hinweise aus der Bevölkerung, aber nichts. So, mehr durch Zufall kam dann die Polizei und die Täter auf die Spur. Nach einem anonymen Anruf konnten die drei der vier Täter verhaftet werden. Der Anführer war der einzige, der nicht gefasst werden konnte. Er hat laut Aussage seiner Kumpanin auch das gesamte Geld in Sicherheit gebracht. Und naja, vermutlich kamen sie nicht mehr dazu, die Beute aufzuzahlen. Bis heute hat die Polizei das Geld auch nicht gefunden. So, schon mal spannend. Wobei ich ja sofort dachte, die haben alle gefangen aus den Anführern. Hat die doch verraten. Das war mein erster Gedanke gewesen. Ne, da habe ich jetzt nicht so gedacht. Ich habe mich immer nur gefragt, warum haben die denn den Anführer nicht verraten, um bessere Bedingungen zu bekommen. Also verkürzte Haftzeit oder sonstiges mit der Justiz zusammenarbeiten. Wahrscheinlich die Kohle wichtiger. Die Frage ist halt, wie lange besitzt du so einen Bau? Nach so einem Überfall. Und Peter ist ja wieder der Informations-Dovi. Habe ich mir hier noch notiert, weil, um wirklich alle Eventualitäten auszuschließen, sagt er, hm, was vermutest du? Also sich hat der Kopf der Bande das Geld längst ausgegeben oder einer der anderen wusste eben doch Bescheid und hat es der Polizei natürlich nicht erzählt. Oder willst du denn in einem Fall vorankommen, den sogar die Polizei in den vergangenen zwölf Jahren nicht lösen konnte? So merkst du sofort wieder, Peter ist derjenige, der das Ganze ein bisschen entschleunigen möchte. Und auch, um mir halt Klarheit reinzubringen, denn Jupiter überhaupt lässt sich halt nicht abbringen dafür die ganze Sache. Seiner Zeit standen nämlich auch die Mitarbeiter der Poststelle unter Verdacht und im Zeitungsartikel war auch von einer Ellie S. die Rede und die Haushaltsauflösung war eben halt die von einer Ellie Sparrow. Zufallfragezeichen? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ja. Das war mir dann natürlich auch, ich meine, die bekräftigen ist ja dann auch. Das finde ich halt schön. Du hast halt Peter, der wirklich hingeht und versucht, das alles zu entkräftigen. natürlich für uns Hörer. In dem Sinne, damit wir, weil du denkst natürlich, wenn er jetzt nicht sagen würde, ja, woher wollen die denn wissen, dass das Geld überhaupt da ist nach zwölf Jahren oder andere eventuell, du machst natürlich Gedanken darüber, ob es überhaupt logisch ist in dem Falle. Und Peter ist natürlich für uns da der Querdenker, sage ich mal, in Anführungsstrichen, der diese Spekulation streut und Bob und Justus und Jupiter sind die beiden, die halt quasi entkräftigen und dann quasi die Geschichte ja, sattelfest machen, sage ich mal. Ja, aber ich finde es in der Szene auch gar nicht so schlimm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil es ganz gut passt. Also, weil Peter dann nicht als, ich sage mal, wir hatten es ja bei der Aufnahme, jetzt komme ich auf, wie es im Buch ja dann dargestellt worden ist. Boah, schlimm. Also, dass der Peter da als totaler Vollidiot dargestellt wird, wo ich mir denke, wie kommst du eigentlich durch die Highschool? Wie kommst du morgens aus dem Haus? Ja, und hier finde ich es halt, es ist so, dass er den Enthusiasmus seiner Kollegen nicht so ganz teilt, aber das ist ja auch einfach, weil du sagst, es ist für uns Hörer gegeben, um uns weitere Informationen zu geben, um den Fall uns schmackhaft zu machen. Weil, wer wollte das denn wissen, dass das Geld auch da ist und bla bla bla? Da hätten sie auch sagen können, ja, hast du eigentlich recht, ist bestimmt schon weg das Geld. Ach, vergessen wir das Ganze mal. So, theoretisch, Fall zu Ende, wir sind nicht zum Fall gekommen. Da ist es ganz charmant gelöst mit Peter, finde ich. Ja, definitiv. Dann kommt die konventionelle Lieblingssäne, die ist heute leider nicht da, und zwar der Anruf bei Reynolds. Ich komme gleich zu diskutieren, warum sie die Szene genommen hat. Die drei rufen er bei Reynolds an, was ich ganz schön finde, am Anfang, dass Peter dann sagt, schalte den Verstärker ein und auf Bobs schon geschehen, sagte Peter leise, immer das Gleiche. Fand ich schön. Also ein bisschen so auch so anspielungsmäßig, heißt, wir gehen hin, bauen die Szene aus den drei Fahrzeichen ein und die ist immer das Gleiche. Nochmal schön so ein bisschen hervorgehoben. Ich fand es halt eine schöne Anspielung, muss ich sagen. Ja, ich finde es, das ist so Nostalgie auch. Also gerade in den ersten Folgen, dann ist es ja immer so, dass es dann immer so kommt, schalte aber den Verstärker ein, just. Also wenn irgendwie das Telefon schält oder so, das wird ja dann auch immer so erwähnt. Ja, klar, das ist das Schöne, ja, aber dieses immer das Gleiche, finde ich, ist so ein bisschen Hopsnimmig. Das ist genau wie die, wollen wir gleich auch nochmal, die Überreichung der Visitenkarte, weil die drei immer sagen, nee, brauche ich nicht. Bei den drei Fahrzeichen immer, ja, gib mal her, auch die drei Fahrzeichen, liest die Karte vor und bei die drei halt, nee, 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 brauche ich nicht, ich glaube euch schon und so weiter und so fort. Da ist so ein bisschen das Umkehren, sag ich mal, finde ich ganz spannend, und jetzt hier auch, das ist immer das Gleiche, dieses gleiche Negative, sag ich mal, spaßige Negative. Ja. Finde ich ganz interessant. Ja, und von Reynolds werden die, werden die drei und wir ja auch noch mit noch mehr Infos vollgestopft. Alice Barrow wurde nämlich nach dem Überfall in der Suchungshaft gesteckt, weil sie sich im Wiedersprache verwickelt hat, mein Gott. Wie herauskam, hatte sie ihrem Freund Shane Montana von dem wöchentlichen Postzug erzählt. Der kam allerdings wenige Tage nach dem Raubzug an der Küste ums Leben, also Shane Montana, nicht der Postzug. Man ermittelte in Shanes Umfeld, fand aber keine Hinweise und Alice Barrow wurde halt wieder freigelassen und das Geld blieb verschwunden. Also die Aussage von The Snake Raynor Er verweist ja, Raynor verweist auch auf seinen damaligen Ich glaube, er hat ihn, glaube ich, angelernt The Snake Milton. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass es dazu nicht mehr gibt. Was? Dave The Snake Milton, so heißt er Dave, ne? Ja, ich glaube, ja. Was? Dave The Snake Milton, dass das so hingenommen wird und das dann nicht mehr passiert. Ah, ja, nicht gesagt. Ne, aber The Snake habe ich nie gesagt, also da müssen wir ich verhört haben. Das war, ne, ne. Ja, das finde ich halt, ich habe mich immer gefragt und auch wenn ich es jetzt höre, warum heißt es The Snake? Ja, ich finde, The Snake ist immer was Negatives, die Schlange. Genau. Was Negatives eigentlich, ne? Deswegen, ne? Eigentlich schon. Ja, ich konnte auch um die Ecke gebracht. Vielleicht. Um Milton sein zu können. Um Milton sein zu können, ja. Ne, sag ich mir auch, warum The Snake? Warum The Snake? Ja, ja. Kann man spekulieren. Ja. Vielleicht war er ein begeisterter Metal Gear Solid Spieler. Weiß ich nicht. Da hat er mir jetzt auch gerufen. Snake! 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 Wir machen heute so richtige Randwitze, die sonst, wenn man sie macht, weil Nell nicht da ist. Die können wir sonst nicht machen, das stimmt. Nell war die sowieso nicht dann. Aber ich habe die Frage, warum hat der Nell die Szene gewählt? Ich glaube, ich weiß warum, weil die Szene so kurz ist. Nell ist ja immer jemand, der nicht gerne so viele Szenen nacherzählt. Die möchte er auch nie moderieren. Von daher, glaube ich, ich wollte das jetzt hier, aber andersrum, vielleicht auch wegen dem The Snake und auch wegen dem ganzen Begleiter vermute ich mal. Ja, wegen dem The Snake hätte ich jetzt vielleicht vermutet, weil da vielleicht bei ihr auch die Frage ist, warum The Snake? Also wie kommt es dazu? Aber vielleicht natürlich auch, wir kriegen ja noch ein paar Informationen. Wir kriegen den Namen Shane Montana jetzt mit reingeworfen. Wir kriegen Alice Sparrow als Verdächtige mit reingeworfen, die ja dann freigelassen werden musste, nachdem, obwohl sie ja gesagt hat, sie hat denen davon berichtet. Und wir wissen, in Amerika reicht ja schon, wenn du sagst, ja keine Ahnung, da hast du eine Zeitung gelesen, der Postdruck kommt, dann sagst du halt irgendjemanden, der überfällt da, dann heißt du dir, der hätte mir das aber gesagt, da können sie dich ja für alles verknacken. Und vielleicht deshalb auch so, weil wir so ein paar weitere Informationen gekriegt haben. Oder hat Peter irgendwas gesagt, was wir überhört haben? Das kann natürlich auch sein. Was Nell total toll fand. Das kann auch sein. Ich werde vielleicht irgendwann mal auf, mal gucken. In einem Special. Nell. Warum hast du diese Folge gewählt? Warum hast du diese Szene gewählt? Wir können ja generell so ein Special machen. Warum wählt jemand eine Szene vorab aus, kann dann aber leider nicht dabei sein bei der Aufnahme? Warum hat er diese Szene genommen, dass er das aufklärt? Oder sie? Ja, aber du weißt doch, in 20 Jahren nicht mehr, nachdem du dann 30 Folgen später nicht mehr, warum habe ich die Szene gewählt? Dann weißt du teilweise selber nicht mehr, obwohl du die Szene vorher eine Woche ausgesucht hast. Sagst du auch mal, warum habe ich jetzt die Szene noch mal ausgesucht? Weiß ich gar nicht mehr. Dann möchtest du ein Special machen, warum du vor 30 Folgen die Szene ausgesucht hast. Warum hat Jonas die Szene ausgesucht? Keine Ahnung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Szene war halt da. Ja, genau. Ich musste halt irgendeine wählen. Ja, und die, die ich fuhr, die war schon weg. Auch Klassiker. Kommen wir noch zur nächsten Szene, und zwar dieses Fotoalbum. Die suche ja Mr. Walker auf, der Ellis Nachlass verwaltet hat, um vielleicht was über Verwandte zu erfahren. Nur leider gibt es keine Verwandten, keine Sparbücher, nichts. Er hat nur zwei Fotoalben gefunden, die er aufgehoben hat, falls sich doch mal jemand melden sollte. Und die dürfen wir ja auch mitnehmen, einfach so. Und auf Nachfrage weihen sie hat Mr. Walker ein. Der ist aber ganz klar von unschuld überzeugt. Und was ich ja eben halt vorhin schon gesagt habe, was ich ganz witzig fand, ist die Reaktion darauf, als Jupiter in die Visitenkarte geben will. Ja, lasst stecken, Junge. Ich glaube euch ja. Also wirklich auch dieses Lachende, leicht, ja nicht zwingend abfällige, aber er nimmt sie nicht ganz ernst, habe ich das Gefühl. Ja. Das fand ich halt ganz, ganz amüsant. Und es ist halt, es spiegelt halt genau das Gegenteil, die wir zu den drei Fragezeichen zu späteren Fällen. Am Anfang war es ja auch so, dass sie nicht so ganz ernst genommen worden sind. Da lag es aber auch ganz klar, also sind wir ja am Alter, ne? Definitiv. Naja, und fand ich halt ganz, ganz nett. Haben die eigentlich eine Visitenkarte, in denen die drei fällen? Ja, die will ich aber geben, aber die lehnen ja immer ab. In jedem Fall? Ich habe das nämlich gar nicht mehr im Kopf, weil die Idee dahinter ist ja dann so ganz nett, man muss sich keine Visitenkarte ausdenken, also einen Text oder so, aber obwohl der wird ja nicht. Nein. Nein, in jedem Fall wird der erwähnt. Wird die erwähnt. Ich glaube nicht. Ich habe im Kopf, aber ich meine nicht. Eine kleine Info noch für die Geschichte, die wird ja wichtig, dass halt Mr. Walker noch bei der Fahrzeichen anruft und auf dem AB die Info hinterlässt, dass Ellie oft von ihrer Arbeit bei der Poststelle am alten Bahnhof und dem Bahnhofsvorsteher Donald Forstland, der am alten Bahnhof wohnt, erzählt hat. So, das brauchen wir ja eigentlich auch noch. Denn dann kommen wir mal eben zu den Untersuchungen auf dem Schrottplatz, die ja eigentlich ganz nett sind. Denn sie untersuchen dann die ganzen alten Möbelstücke von Ellie und erfahren dann auch nebenbei von der Matilda, dass ein großer Mann in einem Mantel da war, der sich halt nach den Möbeln erkundigt hat und im Schrank Ordner gefunden hat und diese für 40 Dollar gekauft hat. Was ich schon ein bisschen grenzwertig finde, Ordner, da sind gar nicht irgendwelche Unterlagen drin, und der Matilda verkauft einfach diese Unterlagen für 40 Dollar. Und sie ist auch noch völlig begeistert davon, dass sie die für 40 Dollar hat er die gekauft. Wenn ihr noch welche findet, sagt mir sofort Bescheid. Also in dem Moment habe ich mir auch gedacht, also diese Begeisterung finde ich von ihr einfach, ich habe was verkauft, so nach dem Motto, wo ich mir denke, ihr verkauft doch tagtäglich irgendwelchen, wie andere ja sagen, Schrott. Was war denn drin gewesen in den Ordnern? Also meistens ja irgendwelche Unterlagen da drin. Ja, und die Frage ist natürlich, also Datenschutz wird nicht sehr groß geschrieben bei T. Jonas auf dem Gebrauchwarncenter T. Jonas. Ja, und dann untersuchen sie halt den Schreibtisch und dank Peters Dietrich-Künsten finden sie dort in einer Geheimschublade ein Notizbuch mit Zeitungsartikel über den Überfall und alte Dias. Und unter einer Schublade finden sie halt außerdem noch einen versteckten Brief mit einem leeren Blatt Papier, was ja schon im Klappendex angeteasert worden ist. Und ist dann so, mit einem Bügeleisen können sie halt das leere Blatt Papier ja quasi beheben und darauf die Schrift sichtbar machen. Denn da haben wir ja Zitronensaft drauf. Klasse, ganz klassisch, ganz oldschool. Schon ich als Kind muss sagen, haben wir ja auch schon auch so, Zitronensaft haben wir früher als Kinder auch gemacht. Du auch, oder? Nee, man hat mal so Geheimschriften in einer gewissen Weise, ja, also du hast dir irgendwelche Symbole für Buchstaben ausgedacht und jeder hatte dann so einen Zettel, wo er das dann so dekodieren konnte. Aber so mit Zitronensaft habe ich es nie gemacht. Das war, glaube ich, für mich die Älteste gar nicht, was man erkennt hat. Da hat er so Zitronensaft und dann hast du draufgeschrieben und kannst halt mit dem Bügeleisen. Ich finde aber einfach viel, viel witziger, wie, also sie grübeln ja über diesem Blatt und Peter fragt ja dann einfach nur so, möchtest du auch eine Cola-Jub? Und er sagt dann so, ha, Zitrone! Und dann, ha, was? Zitrone? Möchtest du eine Zitrone in deine Zeit? Wann nimmst du Zitrone in deiner Cola? Und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz charmant in der Folge. Also das ist so, dass er überlegt sich, überlegt sich und Peter sagt, okay, komm, ich gebe ihm jetzt mal was, lass uns mal was trinken oder so. Und dass das Jub das so ausreicht, so nach dem Motto, warte mal, Cola und Zitrone und jo, klar. So, das finde ich, das ist dann mal wieder so eine schöne Art, so ein Geheimnis zu lösen. Es ist so ein Zusammenspiel, was jetzt von Peter nicht so geplant war. Also er wollte ihm ja jetzt eigentlich gar keinen Hinweis geben, weil er wollte ihm ja nur was zu trinken anbieten, aber es hat Jupiter, Justus wollte ich jetzt schon fast sagen, Jupiter trotzdem gereicht. um wieder weiterzukommen, was das ja auch wieder so sympathisch macht, finde ich. Also er ist nicht so derjenige, der dieses leere Blatt sieht und sagt, ah Leute, das ist doch ganz klar, hol mir mal ein Bügeleisen, ich löse das Rätsel. Sondern er braucht einen kleinen Denkanstoß. Du wirst bügeln, Juub? Ja, das wäre dann zum Beispiel so, das wäre in den heutigen Fällen, jetzt in den drei Fragestellten Fällen, wäre das so eine Peter-Reaktion. Wofür willst du denn bügeln? Dein Hemd ist doch gar nicht verknittert. Oder so. Wie kannst du jetzt an Bügel denken? Ja, da wäre er wieder ganz blöd dargestellt worden. Ja, weil es immer dieses, auch so den Hinweisen geben, ist ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen älteren Folgen, aber das ist ein bisschen mein Problem, die älteren Folgen ist bei mir immer so, die alten Folgen sind so 1 bis 30, sag ich mal, gefühlt. Und meinetwegen auch 1 bis 40. Und dann ist für mich schon ab, nach den Crime Masters schon die neuen Folgen, und dann gibt es auch die ganz neuen Folgen, die sind dann so ab 150, 50, 60, so ein Dreh rum, sag ich mal. Und der denkt sich immer, wie die alten Folgen. Alte Folgen sind für den Nell wahrscheinlich unter, unter, unter 160. Und bei mir sind die halt bis 40. Also so ein bisschen, man muss ja aufpassen. Aber das macht ja Peter, hat früher öfters gemacht, diese Hinweise zu geben, ohne den Hinweis zu geben. Ja, aber das finde ich, das finde ich halt ganz charmant. Ja. Das ist sowieso. Und ich finde danach, also wenn sie dann auch bügeln, und man das so hört, und Jupp dann so sagt so, ah, also du hörst so heiß und du hörst so, und sie foppen ihn dann ja auch. Ich glaube, es ist Peter, der ihnen dann sagte, du bügelst nicht oft, Justus. Ah, Jupp. Also dieses, da ist hier dieses freundschaftliche Foppen. So, ne? Und Bob sagt, ja, du hast das ja auch auf volle Leistung gestellt, ne? So, also, dass man, das finde ich ganz, ganz charmant. Jupp ist derjenige, der schlau ist, der die Ideen hat, aber der dann überfordert ist, ein Bügeleisen vernünftig zu bedienen, ne? Aber es wird auf eine charmante Art und Weise auch wieder dargestellt. Es wird, er wird nicht, er wird da nicht dargestellt als, als, ich sag mal, intelligenter Trottel, der die einfachsten Sachen nicht bedienen kann im Haushalt, aber dafür, keine Ahnung, falls er da bauen kann. Ja, genau. Der technisch alles bauen kann, was geht, ne? So, ähm, und er nimmt, sie, sie, er nimmt es ihnen ja auch nicht übel. Also, der ist jetzt nicht dann irgendwie beleidigt oder so, sondern, ja, dann mach's doch, wenn du es besser kannst oder so. Das wäre vielleicht, was in den neuen Folgen so wäre, würde er vielleicht so reagieren. Aber da ist es, das ist, das ist, aber meistens in den Mindiger Folgen. Es ist so eine schöne Fopperei unter den Dreien, die da ganz, aber die da, die da auch wirklich sehr schön, schön ist in der Szene. Jupiter benutzt das Bügel eigentlich immer umgekehrt, hat sich da vielleicht nach oben, um da irgendwelche Eier drauf zu machen oder Waffeln oder den Kirschbüchner warm zu machen. Ja. Hm, eine schöne Wärmeplatte hier. Ach, das benutzt man gar nicht so. Merkwürdig. Verstehe ich nicht. Kommen wir zu dem Rätsel. Das lautet ja, schau dort, wo die Erde regelmäßig zittert, wo schwaches Licht aus Neonröhren strahlt, wo frohe Kunde kurz vor dem Ziel ist, kein Tageslicht kommt hierher. Denk an unseren ersten Kuss und sie nach links. Auch wenn ich es manchmal nicht zeigen konnte, ich habe dich immer geliebt, dein S. Shaw Peter. Seine Nachricht an Bob. Ja. Ja, das Rätsel wird schnell gelöst. Das war für mich auch sehr einfach. S steht für Ellis Freund Shane. Oder wie im Skript steht, Schande. Ja, du hast es früh rauskopiert. Wo die Erde regelmäßig zittert, ist natürlich der Bahnhof, wo Ellie halt gearbeitet hat. Die frohe Kunde, kurz vor ihrem Ziel, verweist auf die Poststelle, wo früher halt die Briefe für Rocky Beach vorsortiert wurden und es musste daraus finden, wo sie sich geküsst haben. So, und für mich war auch, ich habe das Rätsel gehört, es war so easy gewesen, fand ich das doch auch für die Polizei, sehr simpel, hätte sie den Brief gefunden, denke ich mal, also ich würde sagen, wenn den Brief jemand findet. Der hätte es gelöst, also der hätte es auf jeden Fall, deshalb dann aber auch die Geheimschrift, man hätte es einfach nur für ein leeres Blatt gehalten, was dann weggeschmissen worden wäre. Ja, aber selbst das, ein leeres Blatt in den Umschlag, dann verstehe ich ein leeres Blatt so, ohne Umschlag. Dann würdest du sagen, auch durch ein leeres Blatt Papier, da hat es ja irgendwie verhellert, oder was da kleben geblieben. Vielleicht ist Rocky Beach auch mal wieder pleite und die Polizei war zu dem Zeitpunkt nicht da. Konnte dich beschäftigen. Schüsse aus dem Dunkeln, ja. Nee, aber wie gesagt, leeres Blatt Papier in dem Umschlag, auffällig ohne Ende, von daher, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Dann kommen wir zu etwas Merkwürdigen, nämlich zu einem Einbruch in die Zentrale. Und zwar am nächsten Morgen kommt ja Peter in die Zentrale und erfährt von Jupiter, dass dort eingebrochen worden ist, vermutlich der Typ, der die Ordner gekauft hat. Gescholen wurden nur die Fotoalben. Den Brief und die Bilder konnte er nicht klauen, die hat nämlich Justus wieder aus seinem Zimmer genommen. Und was noch merkwürdiger ist, Jupiter hat ein Zigarettenstummel der seltenen Marke Black Gold gefunden, den der Täter wohl verloren hat. Auch ja so typisch, ne? Ein dummer Täter hinterlässt Zigarettenstummel am Tatort. Warum kann der denn nicht einfach mal auf uns so rauchen? Ja. Einfach aus dem Grund, damit wir hinterher auch eine Spur haben. Genau. Aber ich habe das Gefühl, so Zigarettenstummel ist immer so eine Standardspur auch, ne? Wir haben eine Zigarettenstummel gefunden. Irgendwann ist es dann, es ist dieselbe, die seltene Marke, ist Silver Black. Ja, genau. Oder Silver Gold. Immer so ganz einfache Namen. Aber ich finde es sehr interessant, Peter kommt ja zum Schrottplatz und Joop wird ja, glaube ich, sitzt ja auf der Terrasse oder irgendwie so und Peter sagt ja einfach nur so, hast du die Nacht nicht geschlafen? Nö, nicht wirklich. In der Zentrale hat irgendjemand eingebrochen. Der ist doch ganz entspannt auch dabei geblieben, ne? Oh, schon wieder. Und sagt, ja, ist das und das geklaut worden? Ja, den Brief und die Fotos hat er aber nicht, weil die waren bei mir. Zimmer. Die wichtigen Sachen hat Joop mit nach oben genommen. Ja, auch häufiger war der Fall. Ja, das stimmt. Er nimmt halt öfters mal Sachen mit, um sie noch zu studieren bis spät in die Nacht und so. Und das sind dann auch die Sachen, die nicht geklaut werden. Er sagt ja auch, mir war irgendwie komisch, irgendwie, ich habe da draußen jemanden rumschleichteln gehört, ich habe die Sachen mal mitgenommen. Haben wir auch schon gehabt, ne? Oder die kommen auch in sein Zimmer und wollen ihnen in seinem Zimmer die Sachen klauen. Er kann die dann vertreiben. Er hatte, glaube ich, auch mal irgendwie, da hat er gesagt, ich hatte nachts Besuch, jemand war in meinem Zimmer. Und da war der, da war dann aber, glaube ich, so, dass irgendjemand, ich weiß nicht, ob Bob oder so, oder irgendwo anders, der, das versteckt worden ist oder so. In irgendeiner Folge war das, glaube ich, da war auch mal jemand im Haus. Ja, da kommen wir zum Bahnhofsgelände und Peter und Bob machen sich alleine auf dem alten Bahnhof, weil Jupiter halt auf dem Schubplatz noch aufpassen muss, weil Tante, Matilda und Orgatidus im Malibu sind. So, weil ich hier sehr schön finde. Das war auch fast meine Lieblingsszenke, fast meine Lieblingsszenke geworden, wie der Erzähler halt den Bahnhof beschreibt. Nichts regte sich auf dem Gelände des alten Bahnhofs, niemand war zu sehen. Peter und Bob schlossen die Räder in einem Zaun und gingen durch ein offenes Tor am Bahnhofsgebäude. Nach wenigen Metern standen sie auf dem alten Bahnsteigestation unter dem großen Stationsschild mit der Aufschrift Wockey Beach. Das war ein älterer Mann in einem Schaukelspul und Lastzeitung. Die Beschreibung ist richtig schön. Allein schon, ich habe da wirklich alles vor Augen. Die schließen die Fahrräder da ab, gehen halt durch diesen alten Zaun, durch dieses offene Tor, was da ist ein Bahnhofsgelände und ich habe sofort alles vor Augen. Also ich habe wirklich, nicht mehr auf dem Cover, aber trotzdem habe ich dann diese Umgebung noch direkt mit. Alles ist verlassen, verfallen, der alte Zaun, die Fahrräder wieder angehen. Also richtig so Oldschool-mäßiges fand ich mega gut. Ja, ich habe irgendwie so direkt so einen Wild-West-Bahnhof irgendwie im Kopf so verlassen, also von den Gebäuden her. Also weil es ja auf dem Cover auch so ist, aber trotzdem, ich habe es auch so wie, ich kann mir das auch so vorstellen, weißt du, du hörst so, alles ist verlassen, du hörst so vielleicht irgendwo so einen Fensterladen klappern oder so, so eine Gruselstimmung und dann hast du einfach Donald Forslund, der in seinem Schaukelstuhl sitzt, Zeitung liest und der schaukelt dann sofort. Ich habe auch euch gewarnt. Ja, genau. Nee, aber ich habe allein schon die Vorstellung davon, wie ich schließe die Fahrräder ab, das Gras ist hochgewachsen an dem Zaun. Ja, auf jeden Fall. Solche Klamotten habe ich sofort im Kopf bei der Erzählung. Richtig gut gemacht und sowas finde ich auch wichtig, gerade jetzt dieses Bahnhof-Setting ist halt wichtig für den Fall im Endeffekt. Darum geht es ja eigentlich komplett, Zug um Zug. So und ich finde es halt wirklich schön, wie dieser Ort beschrieben wird und der malt sich hier im Kopf aus, finde ich total geil. Das Gleiche hatten wir ja auch schon bei Pforte zum Jenseits, wo am Anfang beschrieben wird, der Weg zum Spielzeugladen, dass draußen blitzt und Donner hat die Blitzzucken. Da hatten wir uns ja auch darüber unterhalten, dass uns das direkt so ein Bild im Kopf bringt, wie wir uns die Szene vorstellen. Das als Erzähler hinzukriegen, finde ich super. Genauso, wie ich ja gesagt habe, bei Pistenteufel es nicht wirklich einfach ist, wir hatten ja auch Matthias Fuchs gehabt als Erzähler, Action-Szenen so wieder zu geben. Ich finde es jetzt, ich habe es gerade vorgelesen, total scheiße im Endeffekt, weil ich bin kein Erzähler. Und Matthias Fuchs bei Pistenteufel, wie er berichtet, wie die Skifahrerin dann stürzt, das war auch richtig gut gemacht und genauso wichtig ist, wenn man so Settings beschreibt, mit dieser gewissen Ruhe, mit dieser trotzdem Eindringlichkeit, sag ich mal, die sich dann irgendwo in deinem Kopf verpflanzt und du hast sofort diese Bilder im Kopf und denkst dir, boah geil. Es hat wirklich so 80s-Style, so einen alten verblassten Bahnhof im Kopf mit dem hochgewachsenen Gras, dem alten rostigen Zaun, wo der Fahrrad anschließt. Total geil, so richtig so GUNIS-mäßig irgendwo wieder. Irgendwie habe ich immer GUNIS im Kopf, wenn ich an so alte Dinger denke, keine Ahnung warum. Und so richtig jugendfilmmäßig, es passt richtig gut. Ja, das stimmt. Also das gelingt, das ist jetzt, wie gesagt, Pforte zum Jenseits und da ist es ja auch, dass die, wenn die beim Silvester Meisel im Schlafzimmer sind, wird es ja dann auch beschrieben, dass die den Beamer aufbauen und so, ne. Silvester. Boah, auf, ey. Aber das finde ich halt schön und das, ich weiß gar nicht, ob es in den neueren Folgen ist, glaube ich, gar nicht so, ne. Von Drei Freitas da sowas beschrieben wird. Ich habe die nur einmal gehört, mittlerweile in den neuen Folgen und dann danach nicht mehr. Also es ist, ich finde es halt schön, wenn sowas passiert, wenn es so beschrieben wird. Also ich finde es, bei, ähm, John Sinclair ist es so und ich habe es auch bei, jetzt wo ich das, die, die, die Batman, das Batman-Hörspiel gehört habe, dass bei John Sinclair und bei Batman es so ist, dass die Sprecher dir die Szene beschreiben, was gerade passiert und was sie sehen. Damit du ein Bild davon hast, was, was passiert. Und das finde ich bei John Sinclair halt einfach mega geil, weil er dann auch immer so beschreibt, ne, und sagt, ja, und das, das Monster, es war von Flammen umgeben und überall, weiß weiß ich, schossen Ketten aus deinen Armen und du hast einfach so ein Bild im Kopf, was in dieser Szene gerade passiert. Damit du, also, damit du wirklich auch weißt, was passiert. Denn damit du nicht nur so irgendwie hörst, äh, ja, und, äh, ich schmeiß den Stuhl nach dir und, sondern der beschreibt halt immer, der, der John-Sprecher beschreibt immer, was in dieser Szene so passiert. Den rechten Kursor. Das linke Bein nachziehen. Na, ich muss sagen, ich habe es bei Pistofel auch schon erwähnt, ne, ich finde, ähm, Peter Passetti hat dieses, ähm, ja, wirklich diesen Hitchcock-Drive, sag mal, du hast wirklich so, dass er nicht Erzähler ist, sondern als Rolle mit integriert ist in die ganzen Folgen. Matthias Fuchs war für mich einer, der hat, der konnte tierisch geile Action-Szenen erzählen. Fand ich für mich immer persönlich oder auch, ich habe immer dieses, ich habe schon tausend erzählt, Marius Eisballast im Kopf. Er ist Meister, die müssen wir auch noch unbedingt besprechen, ich nehme Marius Eisballast-Szene. Justus und Bütty, die sind da irgendwo scheiße, ja, mit der Küsserei. Die Beschreibung ist gut, ne? Aber die Beschreibung, die ist so grandios. Ich mag sowas. Thomas Fritsch ist wirklich sowas, was so Settings angeht, sowas, auch dieses Gruselige von der Stimme her. Ja, auf jeden Fall. Und bei Axel Möberg weiß ich auch nicht, wo es hingehen soll. Ich habe immer das Gefühl, bei Axel Möberg, der ist gut darin, so Klamotten zu beschreiben, wie jemand eine Treppe hochgeht, solche Klamotten, so Bewegungen zu beschreiben, sage ich mal, solche Sachen dann zu erzählen. Aber da bin ich auch nicht so ganz wahr mit geworden. Das ist auch nicht so mein Erzähler, aber das kommt jetzt halt einfach. Ich denke mal, einfach aus dem Grund, ich bin ja mit Passetti und Fuchs groß geworden, dann kam Fritsch, den ich schon immer gut fand, der ist schon im Wichser. Das ist kein Stimmwort jetzt, aber ist halt da schon. Das stimmt, da ist auch sehr gut gemacht. Der hat mir Rit. Und natürlich dann auch als Ska in König der Löwen, viele sagen mal, für mich ist das Ska in König der Löwen, wenn ich den gehört habe, für mich gar nicht. Der hat für mich so viele geile Rollen. Und wie gesagt, ich bin ja eh so ein Bösewicht-Fan und Fritsch hat halt so eine Bösewicht-Stimme im Endeffekt oder so eine dunkle, geheimnisvolle Stimme. Das stimmt. Und deswegen war ich da von der ersten Grund ein Fan von. Und Milberg, der hat so eine etwas höhere, etwas ruhige Stimme, etwas, wo ich mir denke, ja, da kannst du, der kann dir wahrscheinlich was erzählen, ich bin da bei ein. Was weiß ich ja auch, falls ich aber auch passt, so ist es ja nicht unbedingt. Ja. Aber, muss ja jetzt auch nichts Schlechtes sein. Nein, um Gottes Willen. Aber ich bin mit ihm noch nicht ganz warm geworden, aber liegt auch daran, ich habe vorher 200 Folgen lang andere Erzähler gehabt. Wie gesagt, Passetti und Fuchs waren da gewesen zu der Zeit, die habe ich beide gehört. Passetti war für mich nie ein richtiger Erzähler, der war einfach, er war Hitchcock. Eine grandiose Rolle, wirklich dann, wie gesagt, Geisterinsel, werde ich nie vergessen, wie sie am Anfang bei ihm da im Büro sitzen und er erzählt ihm alles. Als Erzähler integriert in die Folge, fand ich mega geil. Und jetzt haben wir hier diese Setting-Geschichte auch wieder richtig gut. und macht halt Spaß. Da haben wir richtig ganz viel über Erzähler eigentlich immer zu kurz, muss ich sagen, in Besprechungen, die eigentlich eine wichtige Rolle einnehmen. Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie da sind. Genau, die sind da, die gehören zur Geschichte dazu. Die sollen ja auch nicht die Protagonisten sein. Ja, genau. Und es gibt wenig Folgen, finde ich persönlich, wo so wie jetzt der Erzähler auch so wirklich mal in den Fokus rückt. ja, er rückt ja auch nicht wirklich in den Fokus. Er erzählt halt, aber jetzt klein detaillierter, eindringlich für mich, wenn ich die Bilder im Kopf, aber er ist ja auch nie wirklich so, dass er sagt, ich gehe mir jetzt den ganzen Raum ein, sondern er erfüllt so die Zwischenräume, sag ich mal. Und die fühlt er hier sehr schön. für mich. Jetzt haben wir ganz über Erzähler gesprochen, auch schön. Auch eigentlich ein schönes Thema. Haben wir auch in der Talkrunde, werden wir in der Talkrunde gehabt haben, werden das Thema, weil wir nehmen die Folge jetzt vor der Talkrunde auf. Da haben wir auch, ich hoffe, wir haben da den Erzähler als Thema gehabt. Ich habe so viel auf dem Blattpapier aufgeschrieben, weil ich Erzähler eine ganz spannende Rolle finde. Ja, ich finde, das ist auch, wenn ich jetzt mal so mit anderen Hörspielen reise, ich bleibe da jetzt mal wirklich bei der John-Sinclair-Reihe, da ist es auch, es ist von einem männlichen Erzähler zu einem weiblichen Erzähler, zu einer weiblichen Erzählerin gegangen, die aber auch weniger Raum einnimmt. Also sobald John-Sinclair integriert ist, wird er zum Erzähler. Also er erzählt, was passiert. Und am Anfang ist es noch so, du hast, wenn der Erzähler was erzählt oder so, du hast im Hintergrund immer so ein, wie so ein Gepiepe. Also wie wenn du so, ich weiß nicht, ob sich dann den James-Bond-Golden-Eye oder so, wenn der dann irgendwo ist und dann kommt dieses Schrift eingeblendet und dieses Geräusch, was dann kommt, wenn die Schrift so eingeblendet. Das hast du am Anfang auch und es gab mal auf 1Live so eine Comedy-Serie, die nannten sich die 1Live-Retter. Ja, kenn ich. Und da gibt es auch ein Hörspiel von, was so eine Geschichte erzählt, nicht nur diese einzelnen Folgen. Und da kommt auch immer so dieser Erzähler mit diesem Gepiepe. Und dann gibt es halt eine Szene, wo dann der Zivi von den Rettern, also ist halt so ein Arzt, ein Fahrer und ein Zivi und wo dann sagt, ja, warum piept das denn immer so? Und dann kommt so, weil ich die Schrift bin. Ja, aber die sieht man noch beim Hörspiel überhaupt gar nicht. Deshalb piepe ich ja auch, du Idiot. Und das ist halt einfach, das ist halt so mega witzig. Und dieses Gepiepe hast du bei John Sinclair am Anfang auch und irgendwann geht es halt weg, wenn es dann halt eine weibliche Erzählerin wird, die kommt am Anfang vor und zwischendurch hat die nochmal so ein paar Rollen. Ansonsten übernimmt alles John Sinclair, die ganze Erzählung von der, weil, also der hat so viel, aber es ist für mich nicht negativ, sondern weil es einfach dazugehört und weil es die Szene einfach, du fühlst mit ihm, wie er dir beschreibt, wie er jetzt kämpft und was weiß ich und dann ein Bumerang fliegt durch die Luft und ein Schuss und es zischt da an meinem Ohr vorbei und du fühlst richtig die Szene mit. Wobei es komisch ist, weil du komitierst ja eigentlich nicht, was du siehst. Du siehst es ja und nimmst es für dich wahr und oh, Jonas guckt mich gerade an. Er grinst. Er hat eine Brille auf. Warum guckt er so komisch? Weil das sind ja alles die Gedanken, die du aussprichst, dass du eigentlich normalerweise nicht machst. Genau, im Grunde ist das ja was Besonderes im Endeffekt. Im Grunde ist das so, dass es, also du merkst dann auch von der Lage her und wie die Umgebungsgeräusche sind, sind quasi seine Gedanken, die er rüberbringt, damit du in der Szene drin bist. Aber das macht es halt irgendwie, also gerade in dem Hörspiel macht es das für mich aus. Also wenn jetzt nur, du willst nur Kampfgeräusche hören oder so, dann würdest du sagen, okay, was passiert denn jetzt da gerade? Ja, ist halt typisch auch, auch bei 3-Frage-Zeichen, da ist der Bösewicht. Er hat ein Messer. Ja. Es sehen alle drei, weil sie sassen sowas nicht. Ja genau, wir sehen es halt nicht und deshalb ist es für uns halt interessant. Genau. So, wo quasi 1Live Retter erzählt hat, da waren auch so viele, so viele Klamotten. Ich weiß nicht, 1Live Ponyhof gab es damals noch. Oh, den kenne ich gar nicht. Das ist wirklich zu alt. Natürlich Satan. Satan. Ja, das ist ja, ich weiß gar nicht, also Satan. Onkel Fisch war die. Genau. Grillstube ist ja von Nico und das ist ja von Onkel Fisch. Ah, Satan. Hallo, Frau Galoppogas. Pelo, alter Grieche. Einmal Gyrospezial. Aber hol dir die Spritze. Ja, genau. Oder, der kleine junge Mann von nebenan hat meinen Onkel immer geärgert, weil der sagt immer, hallo Onkel, du hast nur Ohren. Der packt glaube ich auch Onkel Fisch. Auch Onkel Fisch, ja. Ja, erzählen die alten Leute von früher. Nennen ist nicht dabei, können wir von früher erzählen. Können wir von früher erzählen. Aber kommen wir zurück. Der Thomas Fritsch erzählt eine richtig geile Rolle hier als Erzähler. So, der Mann im Schaugelstuhl, der jetzt seit einer halben Stunde wahrscheinlich da immer am Wippen ist, weil wir ja am Erzählen sind, muss er ja mit herwippen die ganze Zeit, ist natürlich Donald Forthland, der uns erzählt, dass Rocky Beach einer der wichtigsten Vorortbahnhöfe von L.A. war. Forthland kann sich natürlich auch an Überfall auf die Postflug erinnern. Die Täter müssen damals in den alten Verbindungstunneln zwischen Bahnhof und Ladehallen gewartet haben, bis die Wachmänner alleine waren. Forthland führt sich dann auch in diesen Tunnel mit all seinen anliegenden Räumen. Und der Tunnel führt sich halt direkt in die alte Posthalle, wo auch noch zwei alte Güterwagons stehen. Und muss er fortan bestätigen, auf Bobbs Nachfrage, dass es zwar mehr Spinnennetze als früher gibt, sich seit der Schließung vor zwölf Jahren aber sonst nichts verändert hat. Erstmal geht es generell das Setting da vor Ort. Es ist wirklich unheimlich, verlassen, dunkel. Dann diese alten Tunnel, sag ich mal, die anliegenden Räume. Hast du gedacht, das spielt noch hinterher eine Rolle? Also ich finde es irgendwie schon. Dafür ist auch vom Titel her zu prägnant, Zug um Zug. Davon ist der Bahnhof einfach zu prägnant in der Folge, zu wichtig. War mir eigentlich klar, dass da hier ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Hund begraben oder halt Geld. Ja, auf jeden Fall. Also dafür, wie du schon sagtest, ist es alles zu prägnant, alles zu viele Hinweise da drauf. Und wie du schon gerade sagtest, dass Bob nachfragt, ob sich irgendwas verändert hat oder so. Es ist ja so, wir müssen mal auf Donald Forstland kommen. Er ist ja völlig begeistert, dass die sich für den Bahnhof interessieren. Und er fragt dann auch wahrscheinlich für ein Schulprojekt und so. Und da ziehen sie die Schulprojekte, Kati ja jetzt nicht. Sie sagen nicht ja, sondern sie machen ja direkt, legen ihm ja direkt hier, schenken ihm direkt rein, also schenken ihm direkt reinen Wein ein und sagen, dass es halt wegen dem Raubüberfall geht und das alles. Und fragen ihn dann ja, wie du sagtest, er hat sich hier irgendwas verändert und er so total, er findet sein, ich finde, man hört ihm das auch an, wie witzig er seinen eigenen Spruch findet. Es gibt mehr Spinnennetze hier unten. Aber das macht ihn noch sympathischer. Er ist einfach so sympathisch, er freut sich einfach so, dass sich Leute dafür interessieren, und sie sind ja dann auch, ich glaube, sind sie da schon bei ihm, wo sie dann auch die alten Bilder an der Hand entdecken und die alten Aktien und so. Und er ist einfach so richtig stolz auf seinen, dass er noch am Bahnhof so lebt, er ist so richtig stolz darauf und ihm ist halt auch völlig egal, ob sie seiner alten Freundin Elli da irgendwie was bezichtigen oder so, er freut sich einfach, dass er den beiden den Bahnhof zeigen kann. Das merkt man ihm auch an. Er lebt den Bahnhof. Ja genau, man merkt ihm diese Freude daran einfach so. Und das ist so schön. Er hat so Spaß einfach. Ja, definitiv. Es ist halt dieses typisch, wenn die alten einsamen Einsiedler, die da irgendwo an so altem Gelände wohnen, die nicht loslassen können oder wollen, und sich dann freuen, wenn dann er gibt es ja einmal solche und solche in den Hörerspielern. Einmal hast du die Bekloppten. Ja. Du denkst, Alter, soll ich ihn einsagen? Also, weiß ich nicht, ganz komische Leute hast du dann da. Oder du hast halt irgendwie so sympathische Leute, wo du denkst, ja, mega sympathisch und nachvollziehbar und total nett. Und warum wohnt der Arme keine Leine da? Ja. Das ist wirklich so. Das ist ja auch bei, im Endeffekt bei Geistes Goldgräbers, werden wir es wahrscheinlich auch gehabt haben. Die werden wir auch noch aufnehmen. Die kommen wahrscheinlich auch vor. Ich weiß gar nicht, was kommt danach raus. Die werden wir auch noch aufnehmen. Da haben wir ja auch, hier ist der Besitzer von Sniffer, ich finde, da haben wir gerade nicht einen, der ja auch total, Dusty. Dusty. Der auch total sympathisch ist und da auch ja mehr oder weniger mit den anderen Leuten in dieser einen Öde wohnt und auch total sympathisch ist. Also, du hast wirklich so alte Leute, die nicht mehr einen Latte am Zaun haben. Ja. Du forst dann jetzt schon, der hat jetzt schon noch einen Latte am Zaun, aber ist halt relativ einsam und trotzdem maximal sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zu dieser komischen Rückfahrt. Die beiden Blöden haben etwas rum, von wegen, Peter sagt ja über Jupiter, was er denn sagen soll, soll ich raten, was er zu sagen wird. Fantastisch, Kollegen. Heute Nacht werden wir uns die beiden auch mal näher anschauen und kurz darauf werden die beiden ja fast von einem roten Auto erfasst und fast überfahren. Das heißt, wir haben quasi so eine, wie am Anfang, da wird ja auch fast ein Mann überfahren, jetzt werden die beiden fast überfahren und du weißt, da ist ja irgendjemand denen auf der Spur. Und es wird auch, also es ist, finde ich, ein ganz charmanter Versuch, ich habe dieses Wort charmant heute schon sehr oft gesagt, uns davon zu überzeugen, dass es keine große Rolle spielt, wenn Bob sagt, Fahrradfahren wird doch immer gefährlicher. So wirklich, wo man sich so denkt, ja, dieser Versuch, uns davon abzulenken, dass es nichts mit dem Fall zu tun hat. Ich meine, es ist ein rotes Auto, was überhaupt nicht offensichtlich ist. Es ist ein rotes Auto. Es ist ein rotes Auto. Ich finde, wie wir gesagt haben, Fahrradfahren wird doch immer gefährlicher. Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, der Versuch, uns vielleicht davon abzubringen, dass es interessant sein könnte, für den Fall ist euch leider nicht gelungen, weil dafür ist schon, wie du sagtest, die Tatsache, wir werden von einem roten Auto fast überfahren. Aber gut, am Anfang wolltest du sowas haben, als Don't Titus fast den Typen überfahren hat. Da hast du ja jetzt auch, jetzt hast du ja so eine Konpiration gehabt, in dem Fall, dass halt Bob und Peter sich darüber unterhalten. Aber das Problem ist, glaube ich, dass es am Anfang wäre es nicht so auffällig gewesen. Jetzt bist du mitten im Fall, die kommen vom Bahnhof, werden fast überfahren und du denkst, bei euch ist eingebrochen worden auf der Zentrale, da schleicht irgendeiner rum, der Ordner für 40 Dollar kauft und es geht um 500.000 Dollar, die verschwunden sind. Also es ist ein bisschen auffällig. Ja, Bob und Peter passt halt in die Zentrale. Als Supergerade mit Inspektor Milton, der von jetzt, der ziemlich genervt ist. Jupiter, was heißt dir genervt? Ich habe hier lediglich um seine Mithilfe gebeten. Ich denke mir auch, du als Detektiv, als Hobby-Union-Detektiv, bittest den Inspektor um seine Mithilfe, als wäre er dann Angestellter. Und da hast du ja genervt, warum soll der genervt sein? Du bringst mich noch um den Verstand zu. Er soll doch dankbar sein, dass er mir helfen darf, weißt du, so nach dem Motto. Fand ich aber schön. Und wie es doch wieder ist, er schimpft zwar über uns, hat uns aber immer geholfen. Ich bin sicher, er ist bereits unterwegs und sucht die Akten über den Postraum raus, an der sie immer, was wir auch Ermittlungen ergeben haben. Als ob er nichts anderes zu tun hat, gerade in dem Moment. Finde ich aber total geil. Also es spiegelt Jupiter und Justus bei der Seelenheil wieder, dass er es wirklich für selbstverständlich nimmt, dass Inspektor Milton oder Kotter eben halt mit Rat zur Seite steht. Die Information bringt die Justus, besonders Jupiter braucht, damit er den Fall lösen kann. Ja, genau. Hören Sie mal, sie haben vor zwölf Jahren ihre Arbeit nicht richtig gemacht. Also jetzt helfen Sie mir, Felix. Hätten Sie auch richtig gemacht, müsste ich jetzt den Fall nicht lösen für Sie, weißt du? Ah, sehr schöne. Ja, nachdem wir Bob und Peter, Justus, also Jupiter eingeweiht haben, ich muss immer aufpassen, nicht dauernd Justus zu sagen, rätseln sie ja, wo das Geld sein könnte. Ja, einem Raum mit den Gleisen. Das könnte ja zum Rätsel passen von wegen Neonröhren und Postsortierung. Da waren aber laut Peter nur Millionen Spinnenweben. Und Jupiter meint, sie müssen herausfinden, wo sich Ellie und Shane das erste Mal geküsst haben. Wenn sie mehr über die beiden herausfinden, finden sie auch das Geld. und dann kommt es, wie es kommen muss, Jupiter schlägt vor, in der Nacht nochmal zum Bahnhof zu fahren. Und dann finde ich das schön, Peter, hm, habe ich nicht gesagt, Bob? Und Bob, ja, hast du. Toll. Das sind so Klamotten, die liebe ich. Das sind schöne, schöne, Anspielung. Das gehört so dazu. Das gehört so rein, finde ich, zu den drei Fragezeichen. das ist schön. Oder beziehungsweise jetzt so die drei, also in das Detektivuniversum, die zwei, die wir haben. Und ich muss aber mal, ich muss das, misst du heute Abend nicht zum Bahnhof fahren? Wann denn sonst? Nächste Woche? Also, das ist so, nein, Peter, wir fahren natürlich erst in zwei Jahren zum Bahnhof. Ja, die zwölf Jahre, die um sind, kommen auch zwei Jahre warten. Weißt du? Solche Klamotten. Aber ich finde, sowas finde ich richtig schön. Und das ist doch, hab ich doch gesagt, die kennen sich ja auch die drei seit Jahren. Von daher, lass sie doch genau so agieren. Finde ich toll. Ja, aber genau wie du sagtest, lass sie doch so agieren und die kennen sich ja auch und das finde ich auch immer so schön. Das ist ein schönes Zusammenspiel zwischen den dreien. Wenn die sich so foppen und wenn, wenn die sich so quasi, ja, so dieser Satz, ne, hab ich's dir nicht gesagt, Bob. Ja, hast du. Sie kennen Jupe, schrägstrich Justus einfach. Ja, ich kann mal, das ist halt immer noch, unter Freunden nochmal, ich kann mal berichten, wir hatten ja Kogu zum Valentin-Sach gehabt und Nell ist ja überhaupt nicht so für Kitsch und so weiter zu haben und da hab ich mir auch geschrieben, ja, ich hab hier noch, ich weiß, du willst ja nix und so weiter. Hab ich auch gesagt, ich bin wieder abgestellt, so aus Spaß und dann, aber ich hab jetzt noch einen Song auch versucht, um zu sagen, wie lieb ich dich hab und da hab ich dann den Link reingepackt. So natürlich, jeder arbeitet, einen Kitsch-Song hab ich dann schön von Elvis, you are the devil in disgust, hab ich geschickt. Ja, da ist, ich wusste genau, Nell denkt sich, ich weiß nicht, du Kitsch-Scheiße und dann eben halt so, der zweite Gang war natürlich, du Arsch, weil typisch Nell dann ist, also dieses typische, sich gegenseitig so ein bisschen hochnehmen, ich weiß genau, was du denkst, ich weiß, wie du reagieren wirst und das hat ja jetzt Peter in dem Fall auch genau so gemacht. Genau. Und das ist halt das Schöne. So, dann ist halt, wenn man sich länger kennt, das ist ja auch, wenn wir WhatsApp-Gruppen schreiben, dann weiß auch der eine, wie der andere reagieren wird, dann ist halt eingespielt und ist halt das Schöne. Genau, das finde ich dann auch schön. Und nicht dieses, nächste Woche, du Vollidiot, weißt du, das ist dann, ich weiß gar nicht, in welcher Folge ist denn das, wo die, wo, da fällt mir jetzt dann gerade spontan ein, wo Peter sagt jetzt und du wirst dann, nein, nächste Woche, dann ist ja immer noch genug Zeit, ah, das trifft sich gut, ich wollte nämlich noch zum Strand. Ja, ich weiß auch, haben wir auch schon besprochen, die Folge, aber ich fände auch gar nicht ein. Das ist halt dieses typisches Podcast-Thema, wenn wir gleich Dinge ausmachen hier, dann weiß ich wieder, welche Folge das ist, dann weiß ich wieder alles. Und du sitzt manchmal hier vor dem Mikrofon, äh, quatschst über die, quatschst über die Klamotten und denkst dir, warum fällt mir jetzt die Folge nicht ein? Das heißt, habe ich sehr häufig und hinterher gehe ich hin, drücke hier auf Stopp, dann sage ich dir, die Folge, der Sprecher, die Szene, also das ist immer, wenn man sich als Hörer denkt wahrscheinlich, die Vollidioten machen Podcasts über Überschrechen, warum wissen die das nicht? Es ist ein bisschen anders, wenn man da vor dem Mikrofon sitzt und es garantiert noch viel, viel mehr anders, wenn du das wirklich auf der Bühne sitzen machen würdest. Deswegen finde ich immer, jetzt gesagt, auch bei Christopher Tauber, die Lesung an sich, nochmal eine andere Leistung, sich da hinzusetzen und das wirklich dann vor Publikum vorzutragen. Weil ich kann hier schneiden, ich kann hier Klamotten rausnehmen, Sachen reinnehmen, ich kann hier irgendwas auf den Sturm schalten, wenn ich möchte, rede ich mit mir selber. Also du kannst hier alles machen, alle frei halten. Hat mir ja auch im letzten Jahr im Livestream. Ist natürlich auch eine andere Situation. Ja, also Fehler werden dir hier noch verziehen. Also wenn wir jetzt irgendeinen Sprachgebrauch haben oder so, wo man sagt, ei, 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 das kann man aber so nicht sagen. Wie du zum Beispiel sagst bei Nell, ich muss dich jetzt wieder piepsen oder zensieren oder so. Das kannst du halt sagen, okay, weißt du was, ich gucke, dass ich dich so zusammenschneide, dass du halt nicht auffällst. Ja, genau. Aber beim Livestream oder so, wo wir vorab schon gesagt haben, okay, wir setzen das Video schon mal so an, dass wir A sagen, es ist halt schon ab 18 oder so, damit wir gewisse Schimpfwörter einfach sagen, wenn du jetzt ein Schimpfwort benutzt, dass es nicht direkt gesperrt wird oder so. Aber trotzdem ist es im Livestream, da werden Fehler nicht verziehen. Ja, vor allem ist es ja kein schlimmes Schimpfwort. Allerdings, du weißt ja nie, weil Spotify, Apple und Co. Genau, das ist es halt. Sich dann auf die Fahne schreiben, pass mal auf, der hat jetzt Doofmann gesagt und dann ist sofort schlimm. Ja, das ist das halt. Und deswegen kannst du, also du kannst aber Spotify auch gewisse Folgen als explizit oder so ausweisen. Aber das ist ja auch nicht so, dass du dir denkst, du willst jetzt noch nicht sehen, aber dann hören die Leser irgendwann und die Hörer hören die Leser irgendwann. Ja. Und unsere Hörer irgendwann, oh toll, jetzt schon wieder eine Folge, die explizit ist. Wer weiß, wie viele Schimpfwörter da jetzt schon wieder drin sind. Ja, richtig. Das ist absolut sicherheitshalber. Genau. Was man sagen sollte. Also wir sind jetzt nicht dabei, hier irgendwelche Klamotten vom Stapel zu lassen, sondern jetzt einfach nur. Nein, aber es ist halt einfach so, wie du schon sagst, also wenn wir jetzt Schimpfwörter nennen, wo du sagst, boah, ist jetzt nicht, also ist jetzt nichts, ist jetzt ein bisschen grenzwertig. Dann sagst du einfach, okay, komm, weißt du was, wir fangen nochmal von vorne an, sag, fang deinen Satz nochmal von vorne an, lass den weg und dann ist das Thema durch. Und beim Livestream sagst du halt einfach und denkst dir, ah, scheiße. Ja, oder irgendwelche Klamotten, wo du sagst, boah, nee, das ist ja echt jetzt so nicht formulieren soll. Ja. Also jetzt müssen wir mit Schimpfwörter sein, einfach nur. Auf Formulierungen, die ein bisschen. Hoch oder so, oder was man falsch verstehen könnte, wo man schon auf Schlips getreten fühlen könnte. Klar, natürlich steigen wir da nicht alles raus, um Gottes Willen. Also manche sollen sich auf Schlips gefüllen, ist mir da auch scheißegal. Aber manche Sachen denke ich mir, ja, das war vielleicht drüber gewesen, das kannst du jetzt, steigst du mal raus, so ein gutes. Kannst du halt bei so was dann machen. Haben wir bei Thema Panic, Panic Pokey mit der Zentrale, haben wir ein gewisses Thema sehr breit getreten und haben es aber rausgeschnitten, weil es halt einfach nicht. die Anfänger von Till Schweiger. Genau. Stimmt, ja, genau, stimmt, das hatten wir ja auch und über eine Couch und das hatten wir dann rausgeschnitten, weil es einfach, es hat einfach absolut nicht mehr reingepasst. Und im Livestream wäre es halt einfach drin gewesen. Natürlich, natürlich. So, ich weiß nicht, wie wir auf die mal gekommen sind. Ach, wegen der Szene, die ich jetzt vergessen hatte, genau. Dann, bevor sie aufbrechen zu dem Bahnhof, wo sie die Nacht noch hinwollten, wie Peter ja vorher gesagt hat, gibt es euch einen Anruf von Inspektor Milton und mir verpflichtet, dass es dir mehr Akten, als er in den beiden Händen tragen kann, die sollen gefälligst vorbeikommen, wenn sie sie sehen wollen. Und finde ich schön. Es ist genau das, was er bestätigt auch irgendwo Justus vorhersage, von wegen, er will uns schon helfen und er hilft uns eigentlich auch gerne und er hilft ihnen auch, auch mit ein bisschen Widerwillen und sie wissen schon beide, was sie aneinander haben. Ja, das stimmt. Aber ich finde, da das auch dann tatsächlich so schön, er hilft in gewisser Art und Weise, aber er hat auch seine Grenze, zieht diese Grenze und sagt einfach, jetzt pass mal auf Kollegen, also wenn ihr jetzt was wissen wollt, dann kommt gefälligst mit eurem Arsch hier und macht das alleine. Genau. Ist das nicht auch so, dass er sagt, ich wäre morgen noch mit Faxen dran, wenn ich euch die zuschicken würde? Ja, da sagt er uns schon bitte, wo ist das Problem? Die werden auch vom Staat bezahlt, können wir die Nachtschicht einlegen hier für uns und dann schaut er da schön in einem Blatt nach dem anderen durch das Faxgerät. Können sie sich noch eins gerne und per E-Mail schicken? Und bitte sortieren, ne? Ja, genau. Ja, dann fahren sie halt erst mal zum Revier, wo die drei die Akten durchforsten. Das Interessanteste ist laut Bob, der Unfallbericht zu Shane Montana, die Polizei kommt zwar den Waage aus dem Wasser unter den Klippen fischen, seine Leiche wurde allerdings nie gefunden, vermutlich wurde er beim Sturz auf die Felsen aus dem Wagen geschleuert und vom Meer mitgerissen. Und anschließend für tot erklärt. Sollte der Unfall nur vorgetäuscht gewesen sein, genießt er vermutlich mit dem Geld aus dem Überfall ein ruhiges Leben. Und ich hatte hier sofort tödliche Spur-Vibes, wo Morten halt ja auch aus dem Wagen angeblich geschleuert wurde, ist gleich wohl nie gefunden. Und es ist halt so typisch, wenn jemand noch am Leben ist, dann wird genau dieser Unfall vorgetäuscht. Ja, für mich war auch klar, dass der nicht tot ist. Ja. Weil am Anfang ist es halt so, ja, er ist halt tot, und dann denkst du dir, okay, und jetzt hörst du die Geschichte und dann weißt du einfach schon, okay, er ist nicht tot. Ja. Zumal es ja eh keine Toten gibt. Offiziell. Offiziell gibt es keine Toten. Und Ellie ist ja auch gestorben hier. Ja gut, aber schon ein bisschen länger her. Ja, aber trotzdem ist sie gestorben. Auch im Rockgebiet sterben Leute. Ja, Peter ist ja immer so einer, der bombardiert immer ein bisschen in die Recherchen zwischendurch. Wenn der Unfall nur vorgetäuscht war, lösen sie den Fall halt niemals. Oder Jupiters Hinweis, dass sie über Ellie und Shane nichts herausgefunden haben, außer dass Ellie am 24.12. Geburtstag hat, heißt es, Jupiter, merkst du eigentlich, dass wir uns immer wieder neue Fragen stellen. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, fall ungelöst bleiben. Daran beißen sich auch die drei Zähne aus. Du merkst immer, Peter ist derjenige, der hier alles bombardiert, der so ein bisschen Zweifel sehen möchte. Obwohl wir ja natürlich wissen, die drei lösen jeden Fall. Ja. Aber er möchte halt Zweifel sehen für uns Hörer. Genau, also das finde ich dann auch eigentlich ganz gut gemacht. Also um dem Hörer auch nochmal so vielleicht so ein bisschen daran zu erinnern. Hör mal, erinnere dich doch nochmal, wie der Anfang war und wo wir jetzt gelandet sind und so nach dem Motto vielleicht auch so ein bisschen die vierte Wand so durchbrechen und sagen, ne, liebe Hörer, ihr gebt mir doch recht, ne, stellt ihr euch nicht auch die gleichen Fragen wie ich? Also irgendwie kommen wir nicht voran. Könnte, also wäre jetzt so ein... Hätte ich doch fast passierte Hitchcock-Vibes. Der ja auch so ein... Eine Anmerkung, weil ich kein Englisch könne. Ja. Clock ist das englische Wort für Uhr. Der hat ja auch regelmäßig diese Hints, die es ja in den Büchern gab, die ich absolut liebe, muss ich sagen. Also ich, das fand ich als Kind auch immer so grandios, ne. Wir müssen mehr Klassiker-Folgen besprechen. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir... Ich muss irgendwann noch vor Folge 100, wir haben jetzt noch, wir haben jetzt Folge 63, es werden noch 37 Folgen bis Phantomsee. Ich glaube, wir müssen die vorher besprechen, sonst gehe ich noch am Stock, weil Phantomsee ist für mich echt so eine Herzensfolge, wo ich denke, da ist ja wirklich... Das ist ja eine Wunschfolge dieses Jahr. Ich habe ja eine Wunschfolge dieses Jahr und ich wollte eigentlich die rätselhaften Bilder machen, aber ich glaube, der Phantomsee, der spürt sich immer mehr nach oben, weil er doch allein schon wegen Java-Gym und... Ach. Ne, und auch die Szene mit dem Dia-Film und so, ach, so toll, mit dem Notar, so viele tolle Charakteren, doch, toll. Ne. Also vielleicht komme ich nochmal vorher. Aber kommen wir zurück zu unserem Fall jetzt. Wir schweifen heute sehr viel ab. Das ist aber auch, finde ich, ganz nett, das Abschweifen. Aber normalerweise bist du immer dagegen, du hast ja abschweifen. Das hast du diesmal vorher gegessen, wahrscheinlich deshalb. Du bist immer, wir schweifen zu viel ab, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss pinkeln. Ich glaube, es liegt jetzt einfach daran, wir haben früh angefangen mit der Aufnahme. Wenn es später am Abend ist und wir dann wirklich teilweise um sechs oder sieben erst aufgenommen haben und du denkst dir dann, boah, jetzt schweifen wir ab und du denkst, boah, scheiße, Alter, wenn wir jetzt um zehn, halb elf Uhr sitzen, ich will eigentlich gleich im Bett und ich muss noch essen. Habe ich gar nicht. Ich bin mal hochmotiviert. Außer bei Nels Folgen. Ich suche zwar so Kackfolgen aus, ne? Motiviert bin ich auch immer. Vielleicht habe ich auch nichts dagegen, dass wir abschweifen, weil Nel nicht dabei ist. Einfach mal über Fußball reden können, meinst du? Oder wieso? Nein. Also es kommt immer auf die Uhrzeit an. Wenn wir früh aufnehmen, habe ich kein Problem damit, wenn es auch mal länger geht und ich habe jetzt auch keinen Zeitdruck. Also ich habe jetzt auch keinen Termin irgendwie im Anschluss oder so. Also sonst Termin abends um elf? Ja, mit meinem Bett. Also es ruft immer, Jonas, du hast mich allein gelassen. Wer es nicht kennt, das ist ein Diablo-Zitat, fand ich immer mega nervig und da gibt es eine Quest, wo immer, immer jemand ruft, du hast mich allein gelassen. Und da kam ich teilweise, weiß ich nicht, alle Viertelstunde und ich habe irgendwann, wo ich am liebsten den Fernseher eingeschlagen und boah, nee, also, nee, aber das ist, ich finde es immer angenehm, aber ein bisschen abspeifen. Natürlich muss ich nicht über jeden, zu jedem Scheiß abschweifen, um Gottes Willen, aber. Ich meine, meistens bin ich aber dann auch derjenige, der dann auch richtig, wenn es im richtigen Thema ist und ich da auch viel zu sagen kann, dann schweife ich ja auch immer mit krass ab und bin auch immer mit an vorderster Front dabei, wenn es darum geht, einfach mal überhaupt nicht mehr über die Folge zu reden, sondern über alles andere. Ja, aber wir, der und ich schweife ich immer über Bücher, über Sprecher, über Autoren, oder sowas, können wir jetzt mal weitermachen. Ja, dazu kann ich nichts sagen, das ist langweilig für mich. Ich kann nicht mitreden, hört auf damit. Und es sind immer schöne Themen, die Nell und ich haben, meistens zumindest, außer wenn sie sich ja anfangen zu bepöbeln. Aber wo bepöbeln, kommen wir zu Bob. Dem fällt nämlich just ein, hast du das Wort verstanden? Ja. Dem fällt just ein, dass El Roten Citroën, der Citroën, der ihn und Peter Fast überfahren hat, eben gegenüber vom Schrottplatz gesehen hat. Zack, und da ist dieser, dieses Fast-Überfahrer und Fahrer-Fahrer-Leben halt gefährlich. Ja. Wird dann plötzlich widerlegt und der rote Wagen taucht wieder auf. War ja klar, dass er irgendwann wieder auftaucht. Ich glaube, wenn es am Anfang gewesen wäre, dann wäre es auch so, dass man sagen würde, okay, dann hätte es man vielleicht so hingenommen, weil es jetzt nicht so gepasst hätte. Du hättest so hingenommen, ich nicht. Ja. Dann kommen wir doch zu deiner Lieblingsszene. Und zwar hast du ja quasi zwei Parts genommen. Genau, also die drei verschaffen sich ja dann in der Nacht Zugang zum Bahnhofsgelände und da wird ja Peter mal wieder so die Angsthasenrolle zugeschrieben. Also er will ja eigentlich gar nicht und sagt, ja, nee, lass mal wieder schnell weg. Schade eigentlich, muss ich sagen, weil ich, weil er eigentlich eine gute Rolle abgegeben hat in der Folge bis zu dem Zeitpunkt. Also das ist so ein bisschen dieses, man hätte so ein bisschen abweichen können vom Standardthema eigentlich. Ja, weil es ist ein Standardthema, aber es ist ja so, dass Peter ja auch nicht immer Angst hat. Ja, das stimmt. Wenn es um seine Freunde geht, stört er sich ja auf die Bösewichte immer drauf. Ja, auch nach den Angst in dem Museum, wo er alleine war, übrigens nach den Angst die beste Feuerzeitfeinde kommen werden, wo er es reingeschmissen hier, war er mit dem Edelstein alleine unterwegs, über den man hinter den vermeintlichen Nachtwächter gibt, hat es ja auch im Buch, da traue ich ein bisschen hinterher, dass wir damals die verschollene Szene nicht gehabt haben, aber ich habe da mit Leil gesprochen und Leil meinte ja mal, sie könnte sich dazu verleiten lassen, nochmal nach der Angst zu besprechen, fände ich mega geil und die verschollene Szene ist dann garantiert, wie Peter alleine im Museum unterwegs ist, sich vor den Verbrechern versteckt und die auch ein Schnippchen schlagen kann und hinterher auch den Edelstein dann an diesen vermeintlichen Nachtwächter übergeben kann. Da ist Peter auch alleine nachts, es ist dunkel, der Strom ist ja ausgefallen, er sieht nur die Taschenlampen über dem Flur, da ist ja auch die Gefahr wirklich dann allgegenwärtig, weil er sieht ja quasi die böse Wichte, wie sie in dem Museum rumlaufen. Ja, das stimmt. Und da spielt er wirklich eine richtig gute Rolle und in dem Sinne ist es eine richtig schöne Bob-und-Peter-Folge, weil Justus sich gut steckt halt im Vorstand fest, aber Peter hat halt die Rolle, dass er sich versteckt, dass er mutig ist und Bob hat halt die Rolle von Justus eigentlich, dass er Alpha ausfragt, über seinen Plan und so weiter auch ein bisschen mehr mitdenkt und mitdenken muss. Justus ist halt informiert. Deswegen finde ich halt Peter immer schade, wenn er einfach nur darauf reduziert wird, ich habe jetzt Angst zu haben. Ja. Gespensterschloss kann ich nachvollziehen. Da hat er ja Angst, da haben wir alle Angst. Hat auch an Skinny Norris Angst. So, und das ist auch für mich, wenn ich in das Gespensterschloss denke, diese Echo-Halle, es ist verlassen, es ist alt, du hast Hallonation, wird ja auch mit der Angst gespielt von dem von dem blauen Phantom, von Stephen Terrell, mit der Musik, mit Kälte, mit den ganzen Einflüssen und da ist es absolut nachvollziehbar. So, und super geil, am Friedhof nachts, klar haben auch alle Angst, es ist neblig. Ich hätte auch mit meinem Alter Angst nachts am Friedhof, wenn der neblig ist. Das ist alles für mich nachvollziehbar. Nachvollziehbar ist für mich nicht der Peter, der nachts am Maufsinde so Angst hat, mit seinem Kumpus unterwegs ist. Klar, es ist irgendwo vielleicht ein bisschen unheimlich, aber er muss nicht in die Buchse machen. Genau. Moment, ich wäre stolz auf mich. Vielleicht wird sie diese Folge ja auch hören. Also, sie durchsuchen ja einen Raum, wo die Post vorsortiert worden ist, die Spinde der Mitarbeiter und die Regale sind allerdings leer und dann kommt ja, finde ich, ganz charmant vom Bob, der Einwand, das wäre ja noch schöner, wenn hier meine Geburtstagspost von vor zwölf Jahren liegen würde. Ich finde das halt einfach, das passt zu dieser Folge. Dieser Humor ist geil. Genau, dieser Humor, der da reingebracht wird, der passt einfach total. Was schön ist ja, die Post vor zwölf Jahren wäre wahrscheinlich immer noch zum 16. Geburtstag. Ja. Weil er immer noch 16, 17, 18 ist. Also von daher. Und dann ist es ja, wo wir gerade bei Peter waren. Ausgerechnet Peter fällt es ja dann auf, dass ein Stein in der Wand fehlt, der aber wohl nur zu Boden gefallen ist. Und dann kommt das ist ja dann auch so. Ja, plupp. Habe ich zu Hause auch klar, weil es ja manchmal im Wohnzimmer fällt einfach ein Stein aus der Wand. Und Juppi da sagt ja dann, ein einzelner Stein kann nicht einfach aus der Wand fallen und dann noch ein, zwei Meter durch den Raum fliegen. Aber das ist, finde ich. Wir haben 2024, ein Stein kann, wenn er möchte. Ja. Und das ist für mich aber in der Szene auch. Ein Stein kann ist auch schön. Ein Stein kann, wenn er möchte. Dann das ist, was ich in der Szene auch so, so schön finde wieder. Diese Beschreibung muss einfach da sein, damit wir als Zuhörer diese Szene auch nachvollziehen können. Wenn da steht, ey, da ist ein Stein aus der Wand gefallen. Ja, kann natürlich passieren bei einem alten Gemäuer, was zuerst ja im Stil steht. Nein, glaube ich nicht. Ich sage mal, aber dass diese, dieser Zusatz, dass der ein, zwei Meter durch den Raum fliegt, da ist dann sogar mir als nicht besonders auf, wenn ich sage, okay, ganz klar, da ist irgendwas. Und auf dem Stein ist ja dann auch noch ein winziges Herz eingeritzt und Bob greift in das Loch und dann taucht ja jemand auf und bedroht sie mit einer Pistole. Und Bob beteuert ja dann, dass er im Loch nicht ist und sagt ja auch, sie können ruhig selber nachfühlen, wenn sie wollen, denn da ist nichts. Und der Mann greift ja dann auch da rein und lässt dann seine Spielzeugpistole singen und ist ja dann total erschüttert, da ist es nicht und das darf ja überhaupt gar nicht sein. und das ist ja Szene Nummer eins. Und warum ich dann den weiteren Teil noch dazu genommen habe, weil ich es einfach sehr wichtig finde, dass danach kommt ja noch der Volker, die Erklärung, wer er eigentlich ist, also wer dieser ist. Also im ersten Moment könnte man ja meinen, bevor er... Er ist Shane. Das war mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war, okay, das ist der Bösewicht, der die jetzt bedroht und dann kam ja, okay, er bricht ja in Anführungszeichen zusammen und sagt, oh, da ist es nicht und das darf ja nicht sein und dies und das und dann finde ich, okay, wer ist es denn dann überhaupt, ne? Und dann stellt sich heraus, das ist Steve Finnegan und er ist mit drei Jahren zu einer Pflegemutter gekommen, die Alice Barrow war und mit 17 Jahren, also zwei Jahre vor dem Überfall, ist er dann von zu Hause ausgezogen, geriet auf die schiefe Bahn, kam ins Gefängnis und da hat er den Eason Myers kennengelernt, den einen der Postzugräuber und der hat ihm dann die ganze Geschichte erzählt. Die Räuber waren damals zu viert gewesen, drei sind ja nun im Knast und sind leer ausgegangen, der Boss ist mit der Kohle ab, beziehungsweise sie haben ja gedacht, dass der Boss mit der Kohle auf sie warten würde, dem war ja dann nicht so, aber er wollte den Namen des Bosses nicht verraten, aber Steve sagt ja, er ist sich ziemlich sicher, es konnte sich nur um Shane Montana handeln, und dann sagt er noch, außerdem war Shane ein Arsch, der Ellie wie Dreck behandelte und als Steve aus dem Knast kam, wollte er natürlich das Geld stehlen, weil er Rache an Shane üben wollte und es Ellie zukommen lassen wollte. Shane ist in der Zwischenzeit ja vermeintlich verstorben und Steve wusste natürlich nicht, wo er suchen sollte. Ellie verheimlichte ihm dann auch etwas, also darauf angesprochen, hat ihm ja nie wirklich was gesagt und der Kontakt ist dann irgendwann eingeschlafen und durch die Todesanzeige hat er erst dadurch erfahren, dass Ellie verstorben ist und er kam dann zu Hause als Haushaltsauflösung, allerdings zu spät, konnte auf dem Schrottplatz nur ein paar alte Ordner kaufen und es stellt sich aber heraus, das ist, was ich dann sehr wichtig finde in der Szene, er ist nicht in die Zentrale eingebrochen und er fährt auch kein Auto. Warum ich die Szene so spannend finde, ist zum einen dieses, am Anfang denkt man, er ist jemand anderes, also man denkt ja, wie du sagst, er ist Shane, um sich dann zu fragen, wer ist es denn eigentlich, der so frustriert darüber ist, dass das Geld weg ist. Wenn es jetzt Shane wäre, der ja ein Posträuber ist, müsste er deutlich brutaler vielleicht die drei beschuldigen, ihr habt es weggemacht oder der alte Knacker, der hier immer sitzt, hat das Geld gefunden und hätte den Fall damit ja dann quasi gelöst. aber ich finde es dann ganz schön, weil man hat ja noch keine wirkliche Facetten von Ellie danach auch mitgekriegt. Also ich finde, er sagt ja, sie ist eine Pflegemutter und sie ist immer gut zu ihm gewesen und man hat so ein bisschen die Mitleid mit ihr, wo er sagt, Shane ist ein absolutes Arschloch gewesen, hat sie wie Dreck behandelt und ich wollte mich eigentlich nur an ihm rächen und finde es dann eigentlich ganz schön, dass man trotzdem noch die Frage hat, okay, er ist derjenige, der fast vom Auto überfahren worden ist, weil er zur Haushaltsauflösung zu spät kam. Er ist derjenige, der die Ordner gekauft hat und dann sagt man aber, man hat immer noch, okay, aber wer ist der Autofahrer und wer ist jetzt derjenige, der in die Zentrale eingebrochen ist? Natürlich weiß man eigentlich schon, dass es nur noch Montana sein kann, aber ich finde, es ist eigentlich ganz charmant gelöst. Es wird auch zwar relativ schnell aufgelöst, dass er jetzt nicht ein Bösewicht ist im klassischen Sinne, aber ich finde, es ist halt ganz gut gemacht. Ja, was ich hier krass finde eigentlich, ist das wirklich beschrieben, also Shane hat den Arsch, weil er die Elite-Dreck behandelt hat, dieses Gewalt gegen Frauen über. Ja, genau. Fand ich hier wirklich, wo ich sage, oha, wichtig, wichtiges Thema. Auch gut, dass es hier eingebaut worden ist, auch dementsprechend stark getrült worden ist, fand ich auch gut, aber es ist, glaube ich, selten in der Fragezeichen, habe ich so im Hinterkopf, dass dann wirklich dieser, die Dreck behandelt werden, der Mann, die Frau, die Dreck behandelt. Wir haben, glaube ich, selten, also wir haben zwar schon des Öfteren mal so sozialkritische Themen, die aufgegriffen werden, aber ich glaube gerade, dieses Thema hatten wir noch nie bei den drei Fragezeichen gehabt, Gewalt gegen Frauen, oder? Ja, bestimmt im Irriger Ausmaß schon, aber jetzt nicht so, oder das ist wirklich so deutlich geworden, glaube ich zumindest. Ich kann mich gerne korrigieren, lieber Hörer, wenn ich jetzt falsch liege, aber ist auch ein Thema, was man eigentlich auch häufiger einbauen kann, einfach nur auf Hinzuweisen, pass mal auf, solche Arschlöcher gibt es auch, traurigerweise. Ja, richtig. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zum nächsten Rätsel, aber ich weiß noch, das ist Steve Finnegan an sich, du sagst ja vorhin auch schon, ich finde es kurios, dass hier plötzlich nochmal ein anderer Verdächtiger erst mal auftritt, und der dann aber quasi zum Verbündeten wird, weil er wird ja wirklich dadurch, durch diese Betitelung von Shane, eben halt, ne, das ein Arsch gewesen ist, durch diese Spielzeugpistole, die er ja nur hat, und auch diese Niedergeschlagenheit, weil er es kältig gefunden hat, dann eher zum Verbündeten, plötzlich. Ja, und das fand ich ganz schön, aber wie ich schon gesagt habe, leider ist diese Shane-Montana-Geschichte eigentlich so eindeutig, dass er eben halt der Fahrer und der Einbrecher ist, dass man da schon weiß, wo der Hase langläuft. Und das ist für mich auch so langsam jetzt die Stelle, wo es anfängt zu kippen. Ja, ich finde, dass durch ihn wird nochmal so ein bisschen auch der Bogen gespannt, diesen Anfangsverdacht, den man vielleicht gegen Ellie hat, weil sie ja gesagt hat, sie hat sich in Widersprüche verstrickt beim Verhör, wird ja gesagt, und sie hat ihm ja, dem Shane ja erzählt, von den Postdingens und so, und dass man jetzt so ein bisschen durch diese Geschichte, dass dann so klar ist, ja, ihr blieb wahrscheinlich nichts anderes übrig, als davon zu erzählen, weil sonst hätte er sie wahrscheinlich umgebracht oder keine Ahnung was, weil er das wusste. Und man hat so ein bisschen, ja, es wird so, ich sag mal so, ihr Name wird so reingewaschen in so eine gewisse Art und Weise. Dass du diesen Anfangsverdacht hast, vielleicht hat man sie immer noch so, ja, okay, die hängt da doch ein bisschen mit drin, hat sich jetzt in Widersprüche verstrickt, ist schon komisch, aber es wird jetzt die Szene genutzt, sie ist die Pflegemutter gewesen, der sagt ja selber, der Kontakt ist ja leider eingeschlafen, hat ja dann nur durch die Todesanzeige von dem Tod erfahren und ist ja auch ziemlich niedergeschlagen eigentlich, dass er zu spät zur Haushaltsauflösung kam, um noch irgendwie persönliche Gegenstände von ihr vielleicht auch so, abgreifen zu können. Ja, nicht abgreifen zu können, aber vielleicht noch, wie der, er sagt ja, es gibt keine Verwandten, wo er denen die Fotoalben geben kann, ne, so was zum Beispiel. und finde ich, es ist, es hört sich jetzt ein bisschen mit aus, es ist schön gelöst, ihn da so reinzubringen und so ein bisschen Ellys Namen so reingewaschen, reinzuwaschen, natürlich ist die, die Thematik, mit der der Name reingewaschen wird, wie schon gesagt, die Gewalt gegen Frauen ist ja natürlich nicht ganz so schön, dass das so verwendet wird, um, um Elli so, ich sag mal, wieder so als Gute dastehen zu machen. Sie war jetzt nicht wirklich die Böse, aber sie ist, man hat ja so wenig über sie erfahren, man wusste nur, sie ist verhaftet worden, sie ist verdächtigt worden und sie hat zugegeben, davon erzählt zu haben, ne, aber man wusste ihre Rolle ja nicht und jetzt weiß man so, okay, ja, ihre Rolle ist ganz klar, sie ist einfach gezwungen worden, also ihr blieb wahrscheinlich kein anderer Ausweg, als das, ihren Job so auszunutzen, um nicht von Shane vielleicht umgebracht zu werden. Ja, es macht natürlich auch Shane noch böser, im Endeffekt. Ja, das stimmt. Dann kommen wir zum nächsten Rätsel und zwar ist ja so, dass die drei Instrukturen behülten nach den Beweisstücken der Spurensicherung von Shane McMann, Shane McMann ist ein Wrestler, von daher, wo wir beim Gold in Salamander sind, von Shane Montaners Unfall und Milton ist zwar sauer, aber er hat sich sowas natürlich schon gedacht und hat auch den Karton mit dem Beweisstücken parat. In dem Karton finden sie unter anderem Zigaretten der Marke Black Gold, tada, hier wissen wir also spätestens, pass mal auf, der Einbricher war, Shane Montana und außerdem finden sie eine Schreikortschachtel von Jims Bootsverleih, in der ein Code versteckt ist. Der Code ist der älteste, der Code der Welt. Nun steht hier nicht eine Zahl für einen Buchstaben wie 1 ist A, sondern das A steht für 1. Dadurch kommen sie an eine Kombination, die für Koordinaten stehen, die auf Pennington Island hinweisen. Die Insel ist allerdings seit den 60ern ein militärisches Sperrgebiet mit einem Testlabor, was 1978 aufgegeben wurde. Jupiters Idee, unbefangen um die Insel herumzuschippern, finden seine beiden Kollegen allerdings überhaupt nicht so gut. Auch nachvollziehbar, das Sperrgebiet. Und sie denken sich, ach ja, ich habe hier vorne ein Drehboot gefunden, lass doch mal hier rüberfahren. Ja und ich, also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ja auch Peter, der sehr vehement, der sagt, nein, nein, Jube, ich weiß ganz genau, was du willst, nein, das geht so weit, also das ist ja auch Bob dann auch wirklich, dass er sagt, hör mal, das ist hier Sperrgebiet, militäres Sperrgebiet. Ja, mein Gott, lass doch mal gucken, ist doch aufgegeben worden. Und da ist auch der Punkt, ja, den du ja schon am Anfang, da ist dann auch für mich tatsächlich, da fängt die Geschichte dann leider zu kippen, weil da wird es dann zum Ende hin ja dann auch sehr skurril. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, deswegen mag ich die Folge glaube ich einfach, weil ich das immer verdränge. Ich verdränge diesen Part einfach, diesen Militärpart verdränge ich einfach und der Rest finde ich super. Der Rest ist super, der Militärpart ist Katastrophe. Ja. Mag ich überhaupt nicht. Ich frage mich auf, was der das soll, also das finde ich, die müssen halt noch. Natürlich muss Shane ja irgendwie drankriegen, aber ich finde es schlimm. Ja, ich finde es auch gar nicht, dass das so war. Ich komme gleich noch zu sprechen. Erstmal, wie gesagt, ich finde es nachvollziehbar, wie Peter überhaupt reagieren. Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Ich hatte direkt ja Totendinsel-Vibes in dem Moment. Ja. Sperrgebiet und so weiter. Da weiß ich noch, wie Peter halt auf dem Schiff ist und dann auch dann informiert wird, passt mal auf, hier wurden früher Atomtests gemacht und so weiter und so fort. Habe ich sofort im Kopf, so Totendinsel-mäßig und hatte ich jetzt hier auch sofort wieder vor Augen gehabt, als das Thema aufkam von wegen Sperrgebiet und so weiter. Da war ich sofort wieder Totendinsel-Vibes gehabt. Ja, Peter möchte sich ja bei Jims Bootsverleih umsehen, trifft dort aber auf den Fahrer des Roten Zitronen und kann das Gespräch zwischen dem Fahrer und Jim durch ein offenes Fenster belauschen. Er bekommt ja mit, wie Jim mit einem Shane telefoniert und anschließend dem Fahrer namens Doc Brown Bericht erstattet, es geht darum, dass irgendwelche Herren gegen sieben Uhr kommen, Shane schon auf der Insel ist, ihm auch noch Unterlagen fehlen und Jim noch einmal zum Stützpunkt muss, um Pläne zu holen. In der Zeit soll Doc Brown auf den Busverleih aufpassen und Peter informiert, Peter, Peter informiert, Jupiter, per Telefon halt über die Ereignisse. So und hier ist schon, die Christen hat alles auf dem Tablett serviert. Ja. Und auf einmal ist die ganze Auflösung da. Also 90 Prozent Shane lebt, ist auf der Insel, was wir angenommen haben, Unterlagen holen, Doc Brown soll aufpassen, du hast den Fahrrad des Citroën, des roten Autos und du hast quasi alle Bösewichte beieinander. Ist nur die Frage, was macht Shane auf der Insel? Er wartet ja anscheinend auf irgendwelche Leute, die später kommen. Also ich sag mal, spätestens auch zu dem Zeitpunkt ist auch klar, okay, militäres Sperrgebiet, erwartete irgendwelche Pläne müssen geholt werden. Also man weiß, es geht um irgendwelchen Verkauf von Geheimdaten, Militärdaten oder sonst die irgendwie was. Man wartet jetzt eigentlich nur noch gespannt auf die Auflösung. Wie wird es jetzt aufgelöst? Und wo ist das Geld? Und wo ist das Geld? Genau. Das ist so das, was jetzt noch fehlt. Ja, ist das so, dass Jupiter und Bob auf dem Weg zum Pier sind und rätseln, wie er es zusammenpassen kann. Shane Montana scheint oftmals noch zu leben. Überraschung. Aber warum ist er immer noch in Rocky Beach? Und müsste er nicht eigentlich das Geld haben? Nur warum schreibt halt Ellie den Brief mit den Hinweisen auf das Versteck? Warum täuscht er seinen Tod vor? Hat er das Geld nicht? Und was für Geschäfte laufen mit Doc Brown? Das sind halt die großen Fragen, die jetzt offen sind für die drei. Nochmal schon zusammengefasst im Endeffekt für die Hörer. Ja. Der heißt, was müssen wir noch aufklären und was ist schon geklärt im Endeffekt? Ja, und ich finde es auch ganz schön, um den Hörern oder auch jetzt einem Hörer wie mir, der jetzt nicht immer alles im Kopf hat oder direkt alles nochmal daran zu erinnern, was jetzt, also der neue Fall, der jetzt eigentlich mehr oder weniger dazugekommen ist. Dass der nochmal wirklich zusammengefasst, wie du schon sagst, es wird nochmal geklärt, was muss noch aufgeklärt werden, aber es gibt auch nochmal so eine Zusammenfassung. Wer hängt jetzt mit wem zusammen? Also du kriegst die Namen alle nochmal so serviert. Ich finde es aber auch wichtig, weil hier plötzlich ein ganz anderer Fall aufgemacht wird, der vorher war. Vorher bist du voll im Thema drin, rätselst mit und jetzt auf einmal kippt diese ganze Geschichte um in die Geschichte, wo ich denke, wo möchtest du hin? Ja. Wo soll diese Geschichte hinlaufen? Also da habe ich die auch gebraucht, diese Zusammenfassung. Einfach nur aus dem Grund, da tauchen Charaktere auf, hier jetzt wieder per Namen genannt werden. Jims Boothverleih ist da, Doc Brown ist da, Shane Montana ist der Einzige, wo man weiß, jo, der spielt da eine Rolle. Und mit dem Sperrgebiet, Insel, hier, da, wo ist das? Also dieser ganze Zug-um-Zug-Fall ist plötzlich weg. Die ganze Barungsgeschichte. Und plötzlich wird ein anderer Fall aufgemacht und ich denke mir, wo bin ich jetzt hier? Habe ich jetzt in einem anderen Fall gehört, angemacht? Habe ich die Kassette falsch umgedreht? Das ist halt das große Problem, was da, ne? Und deswegen sage ich ja, also für mich, ich meine, es ist schön zu hören, dass das dann für dich auch so ist, aber das ist nochmal schön, so eine Zusammenfassung zu kriegen, um wirklich, wie ich schon sagte, den zweiten Fall, der dann aufgemacht wird, ne? Um den einfach nochmal kurz Revue passieren zu lassen, weil der ist ja erst vor zwei Minuten gefühlt aufgeploppt, der zweite Fall, ne? Der wäre eigentlich ein Thema gewesen im Endeffekt. Ja. Abgesehen von Shane. Ja, Jupiter hat auf die Stelle noch über die Insel Doc Brown recherchiert. Die Insel wurde von der Armee vor Jahren aufgegeben, hat aber seltsamerweise ihren Status als Militärinseln behalten. Infos über Doc Brown hat Jupiter aus dem Telefonbuch. Ganz klassisch. Aber da denke ich mir, was steht in den amerikanischen Telefonbuchern alles drin? Also hier in Deutschland steht Name, vielleicht noch eine Straße ohne Telefonnummer. Ne, und zwar ist es so, dass Doc Brown hat sich 1955 beim Versuch in Bad eine Ruhe aufzuhängen, den Kopf aufgeschlagen und als er wieder zu sich kam, hat er die Idee vom Fluchskompensator, der Zeitreise überhaupt erst möglich macht. Nein, natürlich nicht. Natürlich jetzt Back to the Future. Den Gag muss ich mir jetzt erlauben, den einzubauen. Ne, aber es sind ja nur zwei Doc Browns drin. Es geht ja um Dr. Brown und die Frage ist, was macht dieser Doktor? Und wer sagt das von wegen Telefonbuch, was steht da drin? Er hat zwei Namen gefunden. Einer ist Tierarzt, der andere hat eine Praxis für plastische Chirurgie Malibu. Dann kam Jupiter halt darauf, dass eben halt der Doc Brown der klassische Chirurg ist und er hat Shane Montana ein neues Gesicht verpasst, damit er halt auch in Rockleague bleiben kann. Macht Sinn. Ja, aber das ist wieder so. Aber es ist, es macht Sinn, aber es ist halt so nach dem Motto, mir fällt gerade nichts Besseres ein, ich schuße mir mal eben jetzt noch einen Militärfall da rein. Ja, das ist wieder, du hast diesen klassischen Fall und brauchst dann einen Fall, der einfach drüber ist noch obendrauf. Ja, das stört mich an. Das ist das Einzige, was mich stört an der Folge. Das ist so James-Bond-like plötzlich, so ein höheres Kaliber. Wo ich hier denke, das hätte ich jetzt, hätte ich auch anders lösen können. Lass ihn doch nebenbei, weiß ich nicht, Drogen verticken von mir aus. Aber dieses Militärdingen ist mir jetzt einfach zu viel. Ja, das passt, das passt in dieses, in diesen ersten Fall einfach nicht rein. Ja. Ja, dann kommen wir zum Ende. Ich muss ja zum, sagen wir mal, Ende Part 1 im Endeffekt. Denn Peter berichtet ja dann, dass Jim und Doc Brown übergesetzt sind zum Stützpunkt. Und er hat auch das Boot organisiert. Peter hat mitgedacht, ausnahmsweise mal. Was er aber in der Folge eigentlich häufiger tut, Gott sei Dank. Auf der Insel folgen sie halt einem Pfad zu einem kleinen Haus, dessen Fenster mit Folie abgeklebt ist. Durch ein Loch kann Peter vier Männer bei einer Geldübergabe beobachten. Und auch Peter wird mit irgendwas gehandelt. Während sie überlegen, ob es sich um einen Schmuggler handelt, werden sie allerdings von Jim erwischt. Drei Männer von Scherm begrüßt, der sich ja auch direkt vorstellt. Respekt, drei Jungs schaffen das, wozu die Polizei zwölf Jahre nicht in der Lage war. Nur schade, dass ihr es niemandem erzählen könnt. Was wir jetzt erwartet? Typische, ich habe eine Pistole, ich werde mich jetzt erschießen, oder? Schon irgendwie, oder? Ja, also das ist der Klassiker. Und dann frage ich mich immer, warum macht es nicht mal irgendwann jemand einfach? Schau die doch einfach ab, Mann! Nein. Spaß beiseite. Also war schon klar, die werden jetzt bedroht und dann taucht die Polizei auf, die Jupiter dann schon vorher informiert hat. Oder das Militär taucht dann auf. Oder die werden irgendwo eingesperrt, ist ja auch so der Klassiker. uns ist natürlich klar, die werden nicht sofort erschossen. Ja, ich muss sagen, was jetzt kommt, fand ich schon sehr geil im Endeffekt. Weil sie werden ja dann in einem schalldichten Bunker eingesperrt. und wenn man die Luft zuvor abstellt, dann ist Schluss mit lustig, denn dann erstickst du da drin. Und ich finde, das ist genau wie der Mann unter dem Kopf, wo sie ja in dem Auto eingesperrt werden, mit dem Abgasschlauch durchs Fenster, sehr krass, muss ich sagen. Ich finde auch für mich ist ersticken und ertrinken die schlimmsten Tode. Ja, das ist auch, wie ich mir vorstellen könnte. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Ich war jetzt auch zum Glück noch nie in so einer Situation, das ist ja auch, wenn man mal irgendwie falsch aufkommt oder so, wenn man mal irgendwie fällt auf dem Zwerchfell oder so, dass du dann wirklich, du hast dann Momente, wo so, also wenn du das Gefühl oder dich wirklich richtig verschluckst, sag ich mal, wo du aufhörst, weil du keine Luft mehr kriegst, weil du am Husten bist ohne Ende. Das stellt mir das einfach mega schlimm vor. Du kriegst es ja mit, also du kriegst ja wirklich mit, wie du stirbst. Genau, also du merkst ja dann, also die Sinne weg. Wie schwarz vor Augen wird. Wer mir schon mal bewusstlos geworden ist, aufgrund von Schmerzen und sonst irgendwas. Ich glaube, ich war auch ganz kurios, ich hatte ja damals eine OP an der Gallenblase, war dann zu Hause gewesen, hab mir da einfach vielleicht das Ding angelegt, ich weiß es nicht. Aber ich bin dann ins Wohnzimmer gegangen und guckend, ob die Heizung aus ist. Da wurde mir schwarz vor Augen und da war ich plötzlich wach und lach am Boden. Ich denke, krass. Also nur ganz kurz, nur Sekunden, weil ich hatte halt eine OP gehabt und dann durch den Kreisverfall nicht ganz auf den Schwung gewesen. Aber du hast plötzlich auf, denkst du, warum blieb ich jetzt hier? Ganz komisch in dem Moment. Aber wenn du dann wirklich dann erstickst, sag ich mal, das ist für mich auch maximal schlimm, wie es das geben kann. Ganz lieber vom LKW erfasst werden oder das Feierabend. Das Feierabend, ja genau. Also da ist dann, Chris hat nicht so viel mit. Aber das finde ich echt sehr krass und ich finde aber auch die Vorgehensweise von Shane eigentlich clever. Er macht sich nicht die Hände schmutzig in dem Sinne, weil er geht davon aus, er findet sie eh niemanden auf der Insel. Ja genau, das ist ein Sperrgebiet. Das ist ein Sperrgebiet, militärisches Sperrgebiet. Das ist für mich nachvollziehbar. Er ist nicht ganz der Dumme. Er hat ja auch mit der Chirurgie und so weiter, Gesichtsveränderung. Er hat ja da wirklich auch vorgesorgt und mitgedacht. Von daher ist er nicht ganz der dumme Bösewicht. Übrigens, letztes Song, der noch für euch erscheinen wird, den wir auch schon besprochen. Da haben wir auch einen richtig guten Bösewicht, der aber leider im Haarspiel gar nicht vorkommt, sondern nur im Buch. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Die verschollene Szene haben wir da gemacht und die war richtig gut. Deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn der Bösewicht mal nicht stundsdumm ist. Ja. Noch eine Frage, er ist ein Bonbon. Ich meine, Donald Alessandro, ich liebe ihn, aber er war halt auch nicht der Chirurgie gewesen. Ja, das stimmt. Aber das ist auch so ein Punkt, wie du schon sagtest. Ich sag mal, das ist ja so ungefähr, wie du gerade sagst, du hast ja so Toteninsel-Vibes. Die Idee hinter dem Militär, so nach dem Motto, es ist ja einfach eine, es ist ja auch eine verlassene Militärstation, wo ja auch so im Normalfall keiner hingeht. Und so nach dem Motto, wir erledigen die da, die da jetzt sind auf der Insel, das wird ja keinem auffallen. Die sind verschwunden und wir, die Insel ist gesperrt. Würde nie jemand finden. Das würde, natürlich würde auffallen, dass irgendwann Jusuf, Peter und Bob nicht mehr da sind. Ja. Aber trotz alledem würde man irgendwie sagen, ja, die sind. Das findet die erst mal. Genau. Muss erst mal dann dahin kommen. Und gerade bei solchen Sachen weiß man ja einfach, gerade die Regierung oder so verschleiert natürlich dann solche Sachen ganz geschickt. Also, ich meine, wenn wir uns keine Verschwörungstheorien hier über Regierungen aufstellen oder so, aber die Möglichkeiten sind ganz andere. Bleibt doch bei Toteninsel, das ist doch genau das Thema. Ja. Am Ende. Dass sie halt immer verschleiern wollen und dann auch darauf auslegen, die Anwesenden zu töten. Ja, deswegen sage ich ja, dass sie was verschleiern wollen. Aber ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorie drauf machen, dass Regierungen grundsätzlich solche Sachen verschleiern. Achso. Ich schon, nein, Quatsch. Es ist da, wie du schon sagst, also natürlich ist es bei Toteninseln so, dass die Spezialsoldaten lassen sich einfach überwältigen. Das ist ein bisschen blöd. Aber hier ist es tatsächlich einfach schlau gelöst. Ach, wir sperren euch da ein, Thema durch. Die Insel wird ja nicht mehr genutzt, hat aber noch Militärstatus und Doc Brown hat, hat der nicht, glaube ich, sogar Zugriff da drauf? Oder wer war da? Jim? Irgendeiner hatte doch, auf jeden Fall hat doch, glaube ich, irgendeiner von denen, wenn ich vielleicht komplett falsch liege, Zugriff auf die Insel, also dass er dahin kann. Brauche ich nicht solche schweren Sachen jetzt. Wir sind kurz vorm Ende. Jetzt frage ich sowas. Schneid einfach raus. Nein. Lass ich dritte. Können die Hörer sich ja mal Gedanken darüber machen. Nein, wir können die Folge gleich einfach nochmal hören. Ja, ist ja dann so, bevor sie eingesperrt werden in diesem Bunker, resümiert ja Jupiter, Shen ist halt der Mann, der ja Tidus, den Tidus nach der Hausratsauflösung fast überfahren hat. In der sich Zitana angebrochen hat, das Thema hatten wir ja schon. Und als er ahnte, dass die drei auf die Schliche gekommen sind oder gekommen sein könnten, hat er halt Doc Brown auf sie angesetzt, um sie zu beobachten. So, Montana weiß allerdings nicht, wer sein Geld hat. Und da springt ja Jupiter darauf an, um an Infos zu kommen. Und Jupiter, das muss ja ziemlich, du musst gefühlt sein, wenn man nach all den Mühen das schöne Geld plötzlich weg ist, also standen sie unter Druck, kein Geld und eigentlich auch tot. Gut, da hat der Doc ihnen einen Job angeboten und da kamen sie vor allem auf die Idee, ins Spionageschäft einzusteigen. Ach ja, und Jim mit seinen Kontakten zur Armee, da hasst er Jonas, war bestimmt nicht unschuldig daran, dass diese Insel nicht wieder freigegeben wurde. Und wie sich das herausstellt, verkauft man dann an den beiden stummen Herren, die kein einziges Wort sagen, Unterlagen. Die Fotoalben hat er aus der Zentrale gestohlen, weil er sich nach der OP nochmal mit Ellie getroffen hatte und ich wusste, ob sie Fotos von ihm gemacht hat. Dann werden halt die drei in den Bunker eingesperrt und zwei Stunden später von Inspektor Milton gerettet. Und da habe ich einen ganz großen verpassten Moment. Ich hätte gerne viel mehr von diesen zwei Stunden, wo sie fest sitzen gehabt. Peter in Panik. Jupiter auch so, wie kommen wir hier raus und überlegen. Er läuft dann im Kreis und findet keine Lösung. Und Bob auch irgendwie so, boah scheiße, und jetzt resumiert vielleicht, boah vielleicht war das mit uns. Da hätte ich von diesen zwei Stunden in Gefangenschaft, wo ihm droht die Luft auszugehen, hätte ich gerne viel mehr gehabt. Weil das wirklich dann Spannung ohne Ende gewesen wäre für mich. Wie kommen sie raus und nicht dieses Ah, guten Tag, hier bin ich. Inspektor Milton. Ich bin The Snake. Ich bin hier. Ich weiß nicht. Ich wusste, wo ihr seid. Und ruhig hier raus. Das fand mir sich aber auch. Also man hätte es reinbringen können, um es nochmal richtig, richtig spannend zu machen. Aber trotz alledem hätte es für mich, glaube ich, diesen ganzen Plot um dieses Militärding, den hättest du vielleicht trotzdem, also den hättest du nicht gerettet. Nee, auf keinen Fall. Aber du hättest da wirklich eine geile Szene gehabt für mich. Ja, das schon. Wie gesagt, du bist eingesperrt. Die Luft geht hier aus. Du hast diesen Zeitdruck, den wir ja gerne mal besprochen haben, den in den Fällen immer so ein bisschen, der Zeitdruck immer mit Spannung reinbringt. So hier jetzt auch, es geht um Leben und Tod. Wie kommen die drei da raus? Sie haben Milton ja nicht informiert. Aber sie waren es ja in dem Fall nicht gewesen. Es war ja erst die Finnegan gewesen, dass er ihn informiert hatte. Allerdings, hast du jetzt hier wirklich die drei in Gefangenschaft? Ich habe so ein bisschen, beim Eisenmann ist es ja auch so ähnlich, wie ich den Kopf habe, dass sie ja auch dann da eingesperrt sind. Und hier hast du wirklich diese Todesangst jetzt noch was zum Ausdruck bringen können. Von daher, für mich eine fantastische Chance. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Finnegan hat ja ein komisches Gefühl gehabt, ist mit Schroppplatz gefahren, hat Jupiter und Bob wegfahren sehen, ist ihnen gefolgt. Am Hafen hat er ihre Spur verloren und als sie ihr Auto wiedergefahren hat, hat er sie mit einem Boot zur Insel rausfahren sehen. Und da hat er dann die Polizei informiert, weil ihm das alles zu heiß wurde. Und wie gesagt, dementsprechend hat Milton sie dann gerettet, konnte auch alle festnehmen und so weiter und so fort. Die letzte Frage ist natürlich, wo ist das verschießende Geld? Die 500.000 Dollar, wo sind die abgeblieben? Ich hatte keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht, also ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet. Ist das nochmal so ein schöner Abschluss für mich, wo ich sage, jo, wobei der Abschluss fragwürdig ist. Kommen wir darauf hin zu sprechen. Wir erfahren dann, wir erfahren zu Mr. Forsnand, der gibt dann zu, dass er Montana zwei Tage aus dem Überfall durch die Dunkelheit hat rumstreuen sehen, ist ihm gefolgt und hat halt gesehen, wo er das Geld versteckt hat. Er hat es genommen, um damit eine treue, treue OP habe ich geschrieben. Eine treue. Ja, keine teure, sondern eine treue OP. Eine treue OP, die günstig war. Ja, genau. Eine teure OP für seine Frau zu bezahlen, die schwer krank war. Ihr erzählt ja von einem Lottogewinn und nach ihrem Tod legt ihr das Rest die Geld in Aktien an. Sprich, die hat ja Peter gesehen, eine alte Aktie. Ja, genau, der nochmal den Bob darauf angesprochen hat, ob früher alle Aktien so gestaltet waren. So kunstvoll. So, und so weit, so gut. Und jetzt kommt die Szene, wo man nur diskutieren kann. Herr Jupiter, Inspektor Milton behalten sich ganz kurz und dann kommt es ja zu folgenden Dialog. Inspektor, kann man eigentlich irgendwie nachweisen, wer das Geld damals genommen hat? Und Inspektor Milton so, welches Geld? Und Peter, ja eben, entschuldigen Sie bitte vielmals die Störung, Sir. Und Forstmann sagt dann, Herr Inspektor, Sie und die Jungs sind Menschen, die Respekt verdienen. Sie entscheiden mit ihrem Herzen, so wie ich es damals tat. Danke. Und Milton dann zum Abschluss noch und morgen darf ich mir dann überlegen, was ich in einem Protokoll schreibe. Von wem wird mir dann mal eine gute Tat, mein Gott, von wem wird mir dann mal eine gute Tat zuteil? Und Jupiter sagt, sie schreiben rein, dass sie heute Nacht ein paar Spione verhaften konnten. Mehr ist doch gar nicht passiert, oder? Jetzt die Frage natürlich, als Polizist darfst du sowas ja eigentlich nicht durchgehen lassen. Diese, diesen Raub, diese Geldunterschlagung ist natürlich dann trotzdem eine Straftat. Es ist vielleicht menschlich nachvollziehbar, aber es ist immer noch eine Straftat. Ja, aber trotz alledem, finde ich, ist es ja auch so, bis auf die Aussage von dem Mr. Forslund, gibt es ja keinen wirklichen Beweis dafür. Also er sagt ja, er hat das Geld genommen, um die OP von der Frau zu bezahlen, aber es gibt ja sonst keinen anderen Beweis. Also es kann ja nicht mehr nachvollziehen, vollgezogen werden, wo das Geld hin ist. Finde ich so schwach. Ich finde es trotzdem, ich finde es ein schönes Ende. Ja, es ist halt ein harmonisches Ende, weil der Gute, ja nicht der Böse sein darf in dem Fall. Forslund ist ja nicht der Böse, den wir uns wünschen. Der Böse, den wir uns wünschen, ist Shane Montana. Er ist der Arsch. So, und Forslund ist halt so, wie du sagst, ein guter alter Mann, der wohnt da ganz alleine, hat seine Frau die OP ermöglicht, damit sie noch ein paar Jahre zu leben, damit sie noch ein paar Jahre mehr leben konnte. Und ihm wünscht man ja auch nicht Böses, aber im Endeffekt muss ich als Polizist Kingin sagen, pass mal auf, ja. Ja, natürlich, klar, vor dem Hintergrund schon, aber ist natürlich klar, dass man jetzt auch einen Milton nicht als so ein Arsch da stehen lassen möchte, der dann sagt, hör mal, scheißegal, ich bin das Snake. klack, klack. Ja. Ist vielleicht deshalb auch das Snake, weil er jetzt hier Naderwalden lässt und sich rausschlängelt? Vielleicht. Aber wirklich interessant, warum denn das Snake? Das ist wirklich eine Frage, die man nie beantwortet. Ne. Es gibt wahrscheinlich zigtausende Theorien vielleicht auch schon in irgendwelchen Fanforen darüber, warum das Snake. Ja, oder der hört wahrscheinlich auch keiner an die drei. Deswegen auch die drei Folgen bei uns sehr häufig aufgerufen werden, weil die kriegst du ja auch nur noch schwer zu kaufen. Ja, stimmt, kriegst du halt nur noch, wenn irgendjemand die verkauft aus deiner Privatsammlung. Wenn er auch nicht mehr im Handel. Ja, die Frage, jetzt habe ich, dein Fragezeichen der Folge, aber dein D3-Charakter der Folge und wieso, weshalb, warum. Ich muss sagen, ich finde es mega schwierig, und werde mich auch jetzt, sage ich jetzt, schon nicht festlegen. Ja, das ist bei mir auch, also für mich sind es alle drei, sie harmonieren sehr gut in der Folge zusammen. Jeder hat seine guten Momente, jeder hat seine, vielleicht auch, schlechten Momente, möchte ich jetzt nur so in Anführungszeichen setzen, weil Peter wird benutzt, um gewisse Dinge aufzuklären, aber auf eine charmante Art und Weise. Meistens ja. Bob hat, hat, weiß ich nicht, Bob ist auch dabei. Ja, also Bob hat ja mit Peter den Moment, wenn sie am Bahnhof sind und den Forceland, ich sag mal, befragen und er ist ja auch derjenige, der sagt, ja, nee, wir sind eigentlich nicht wegen dem Schulprojekt hier, ne, der auch, der diese Ausrede nicht benutzt mal, wie es Jupp immer macht oder Justus, ne, dieses Jahr, wir sind wegen dem Schulprojekt hier und wollen eigentlich den Bahnhof machen, so identifizieren und herausfinden, was so alte Bahnhöfe so in sich haben. Jupiter trägt den Fall natürlich wieder, aber auch nicht überheblich. Genau, nicht zu viel. Ja, gut, mein Bob-Argument ist vielleicht ein bisschen schwach, aber. Aber Bob ist aber derjenige, der Jupiter unterstützt in der ganzen Geschichte. Genau. Am Anfang auch, wo Peter ja so ein bisschen dagegen quengelt, aber Bob dann auch vorher am Flamme ist, recherchiert sofort und so weiter. Er ist ja auch vorher am Flamme ist, er treibt eben mit an, sagt ja auch, Fahrradfahren ist gefährlich. Ein Hinweis für alle Kinder, passt auf, wenn ihr Fahrrad fahrt. Und er ist halt auch der, er spielt auch dieses Zusammenhang mit Peter mit der Aktie, kommt auch noch dazu, wo Peter ihn anspricht, was sie auch Jupiter berichten, weil Jupiter nicht dabei gewesen ist. Deswegen haben alle drei wirklich dann tragende Rollen in der Folge, was auch schön ist. Nebenfigur der Folge habe ich eigentlich eine ganz klare. Ich glaube, eine andere als du, würde ich vermuten. Ja? Ja, ich glaube ja. Für mich ist es Mr. Forsl. Ich habe eine andere noch. Du bist ein Erzähler. Nee. Ich habe Snake Milton. Weil allein schon durch die Infonate, der sich zum Beispiel zwischen Jupiter und ihm, finde ich grandios, finde ich toll. Ja, für mich ist es, es ist super. Also er, ist quasi so der Hewie ein bisschen von Jupiter, aber. Aber auch der Retter am Ende. Aber auch der Retter am Ende und sagt ihm ja trotzdem, wenn man da sind so viele Akten, kommt die gefällig selber abholen. Aber ich mag einfach Mr. Forsl, weil der ist einfach so sympathisch. Und ich kann seine Beweggründe am Ende tatsächlich einfach nachvollziehen. Und der ist der Bösewicht. Eigentlich. Der Bösewicht, den wir am Anfang gesucht haben. Ja, genau. Eigentlich derjenige, der für das verschwundene Geld verantwortlich ist. Aber ich kann seine Motive einfach nachvollziehen. Und, ähm. Der Zweck heilt nicht im Mittel, Jupiter Jones. Oder Justus Jonas. Es kommt darauf an, also wenn man bei TKKG die Bösewichte verprügelt hat, teile ich der Zweck immer die Mittel, aber sonst ist Gewaltscheiße. Und kein Alkohol. Und kein Alkohol, ne? Es ist wirklich dann eine moralische Frage. Ja, ist es auch. Und die muss jeder für sich selber beantworten? Genau. Und ich würde es genauso machen wie er. Ja, ich würde es auch so machen. Falls jetzt mal irgendwann Geld schwimmt und ein Polizist gehört, ich war es nicht. Ja, ich kann es nachvollziehen. Keine Frage. Ich würde es auch so machen, weil, scheiß auf Geld. Geld ist scheißegal, was. Das ist eh gestohlenes Geld. Ja, nein, aber auch so, weißt du, wenn du noch jemandem helfen kannst, ist doch toll. Da bringt mir jetzt das ganze Geld auf der Bank, wenn ich dann nicht ausgeben kann oder wenn ich noch mir jemandem helfen kann, ist doch Geld völlig irrelevant. Ja. So, und deswegen absolut nachvollziehbar, zumal es ja auch um Liebe geht. Genau. Ich würde sagen, boah, kitschig. Ne, aber es ist ja klassisch kitschig. Ne, kommt auch noch irgendwann zu dem Punkt hin, wo sie sagen würde, sie würde so handeln. Würde sie wahrscheinlich auch machen. Wenn es um den Hund gehen würde, würde sie auch sagen, pass mal auf. Wenn es um die Familie gehen würde, vielleicht nicht, aber der Hund. Nein, aber der Hund. Der Hund muss gerettet werden. Ja. Also Nell wird es, glaube ich, genauso. Natürlich, glaube auch. Also das Ding ist halt nur, als Inspektor, wie gehst du da vor? Weil du in dieser Zwickmüde steckst. Genau. Aber es ist ja nicht schlimm, weil irgendwann ist das Universum ja zu Ende gegangen und dann wird es niemand mehr hinterfragen, ob er irgendwann mal, ob es Snake mal im Fall nicht aufgeklärt hat. Hat Cotta auch so einen Beinamen? Das wollen wir überlegen beim nächsten Mal. Hat Cotta auch so einen Namen verpassen? Tiger. Panna. Haben wir schon mal gehabt. Panna Cotta. Den Witz habe ich mir ausgeliehen von Mara. Die hat den damals gebracht bei die drei Fanatiker nach der Tiger-Besprechung. Ah, okay. Weil da ist er am Ende so, um Hinweis zu geben, wer der Offergeber sein könnte. Der hat über die Briefe geschrieben, heute nach Gnade und so weiter. Hätte er es einfach, ganz einfach mit einem Hinweis geben können, auf den hat Tante Mathilda Justus Jonas gebracht. Er bringt dann, sie sind da hinterher beim Essen zusammen und Justus bringt eine Schüssel Panna Cotta mit. Tante Mathilda gemacht hat. Man hat keinen Kirschkuchen gemacht. Sie hat Panna Cotta gemacht. Ja, gut. Ja, die Frage dann abschließend an dich, hat sich deine einschätzliche Folge geändert? Das hat am Anfang gesagt, du findest die Folge gut. Die Frage ist natürlich jetzt, dieser Militärpunkt, haut der jetzt so rein, dass du sagst, boah, scheiße? Nee. Oder du sagst, ist egal? Der haut rein, da die Sache bordert, also ich hatte, also das tatsächlich Abzüge gibt, aber nicht so krass, dass ich sagen würde, weil wie gesagt, ich hab den ja, bis du gesagt hast, da gibt er einen Punkt, wo die Wendung ist. Ich hab an diesen Militärplot überhaupt gar nicht mehr gedacht. Ich hab diese, diese Post drauf. Der ist so dumm. Der ist einfach dumm, der passt da nicht rein, aber der macht man die Folge auch nicht so kaputt und deswegen geb ich der Folge 6,5 Punkte. Trotzdem wenig eigentlich, ne? 6,5? Ja, ich hab, mir reißt da ein bisschen mehr aus. Ich geb 5 Punkte, das ist natürlich ein Problem. Jetzt sitzen wir hier zusammen, ich hab mir den Rodelkaster aufgemacht, ich hab den Laptop nicht an, heißt, ich seh jetzt nicht, was die Hörer gemacht haben, gewotet haben und kann auch nicht nachgucken, wo die Folge landen würde. Heißt, ich hab ja alles automatisiert mit Formeln, heißt, wenn ich so weit ich Punkte eintrage, dann rechne die ganze Kiste alles aus, rangiert die sofort ein, die Folge, wo sie steht, kann ich jetzt nicht machen, aber die Hörer, wir haben ja unsere Highlights und ich werd auch nochmal, muss ich mal wieder reinpacken in unsere Folgenbeschreibung, dann nochmal die Links reinpacken zu unserer Planung und zu unserem Ranking, dann kann ich dann reingucken, der wird dann nachgeholt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir heute durch, haben nachher gekommen, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir wären uns auch verwundert, dass wir tatsächlich so viel noch besprechen. Aber man muss sagen, hatte ich ein bisschen Probleme, in die Folge reinzukommen bei der Besprechung, aber sie hat auch sehr viele Facetten immer mehr aufgebracht, wo ich sagen muss, spannend. Auch die ganze Erzählergeschichte find ich mega spannend, die wir besprochen hatten. Von daher, war schön. Wir werden jetzt die Plässer schon anschmeißen, denke ich mal. Erst mal was trinken, vor allem. Ich hab einen trockenen Hals ohne Ende. Aber kein Bier. Also von daher, ich muss nämlich noch auf meine Couch, nein Quatsch. Ich hab nicht so weit. Ich muss den Grill noch ausmachen, von daher. Also, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Also Freunde, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.